Dann würde ich sagen, lass uns einfach loslegen. Intro irgendwie? Das kann ich dann entweder vorher spielen oder wir halten kurz inne und sagen, das war das Intro, wie du möchtest. Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD. Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Hertaner-Podcast. Nächster Halt Berlin Olympiastadion So, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also, hallo Exil-Hertaner, ich bin Bremchen, ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil-Hertaner-Podcasts, wieder aus Kaiserslautern. Und ich glaube, bei den meisten, die meisten werden sich jetzt schon denken können, wenn ich in Kaiserslautern bin, wer vor mir sitzt. Andreas Lorenz, ich grüße dich. Na hohe, hallo. Eine tolle Tradition geworden. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber es gilt immer noch. Ich glaube, das vierte Jahr in Folge, wir meinten es. Ich glaube auch das vierte, aber Andi, ich muss dich jetzt doch am Anfang mal wirklich was fragen. Wollen wir das wirklich machen? Also, ich meine, das wird definitiv der schlechteste Podcast, den es je gegeben hat. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, ich meine, du machst jetzt die 112. Folge, Lionel Messi war noch kein einziges Mal bei dir, du warst noch nicht bei Lanz, Netflix hat noch keine Serie gedreht. Jetzt fährst du schon wieder zu diesen Bescheuerten, zu diesen dämlichen Lorenz da nach Kaiserslautern. Also willst du das nicht mal alles so ein bisschen überdenken, ob das wirklich überhaupt Sinn macht, was du da machst? Die will ich alle gar nicht, weil es geht ja um die Fans und um die Exil-Hertaner und da haben gerade die letzten Folgen auch wieder sehr Spaß gemacht. Das wird sich heute, denke ich, auch fortsetzen. Also, weil du mich jetzt so etwas ungläubig oder ein bisschen lächelnd mit diesem Syffisanten, was macht er denn da gerade? Ja, ganz sicher bin ich mir nicht verhofft, wenn du hinaus willst. Ich wollte einfach nur mal probieren, wie sich das anfühlt, so als Pöbel, Mecker, Traufhau-Hertaner, einfach alles schlecht zu reden, was gerade passiert. Weil ich das jetzt auch gestern wieder gemerkt habe oder der Saisonbeginn oder auch in der letzten Zeit, dass wir da, das ist auch das, was mir so ein bisschen Sorgen macht um unseren Verein, dass wir, es sind nicht viele, es sind vielleicht insgesamt 100, 120, 130 in den verschiedenen sozialen Medien. Aber gerade bei so Ereignissen wie gestern im Spiel und rund um das Spiel ist halt danach dieser Shitstorm, der über den Verein, den ich liebe, den ich von Jahr zu Jahr eigentlich mehr liebe, der dann reinbricht, der macht mir irgendwie, der macht mir ganz, ganz großen Unmut. Und ich weiß, dass da von denen, die draufhauen, eine ganze Reihe oder ein Teil oder ein großer Teil auch wirklich Hertaner sind und Hertha auch im Herzen tragen. Aber ich habe mir wirklich fest vorgenommen, und danach bin ich dann wieder ganz normal, das jetzt mal zum Thema zu machen, gerade bei so einer Sache wie im Exil-Hertaner-Podcasts. Wir haben eine ganze Reihe von Podcasts bei Hertha BSC, wir haben auch den einen oder anderen richtig guten, aber wir haben nur einen einzigen Exil-Hertaner-Podcast. Und für mich ist es eine Ehre und ein riesengroßes Vergnügen, jetzt hier zu sitzen, weil ich immer dieses Bild vor Augen halte, wie da ein Prämchen, ein hoch engagierter Hertaner mit seiner eigenen Leistung irgendwie den Erdball zusammenhält. Du wirst jetzt lachen, du grinst auch gerade schon wieder, weil das Bild ein bisschen verrückt ist. Aber du hattest jetzt beim letzten Mal den Dennis, der in Vietnam lebt und dann noch einen anderen Andreas. Du hast Leute, die ihn ja haben. Ich finde das sensationell, was Hertha eigentlich an positiven Dingen mit sich bringt und wie wir aufgestellt sind. Und dass dann diese Zeichen der Zeit so sind, dass jeder über unseren Verein herziehen darf. Das darf er, das ist einfach rechtlich so. Aber ich frage mich manchmal, wo ist da die eigene Kontenanz? Und kann man nicht, also das berühmte, bevor ich eine E-Mail abschicke, warte ich eine Nacht oder sowas. Bevor ich einen Tweet abschicke oder einen Facebook-Post, sollte ich doch zumindest noch einmal aufstehen und vielleicht aus dem Fenster schauen oder vielleicht auf irgendwas Blau-Weißes schauen und mir überlegen, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Hilft das meinem Verein? Hilft das meiner Liebe? Hilft das auf dem Weg nach vorne oder ist es bloß dazu da, dass ich mal wieder ich, 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 in der Öffentlichkeit stehe? Reichweite, Likes, sonst irgendwas. Und wenn ich dann gestern so überlegt habe, dann, ich sage mal, die ersten 25 Posts haben irgendwelche Kot-Smileys oder sonst irgendwas. Das ist nicht meine Welt. Das ist nicht meine Einstellung zur Hertha BSC. Ich glaube, dass ich, dass ich das auch schon mal gesagt habe und jetzt auch nochmal bekräftige, ich würde mit diesem Verein in die siebte Liga gehen, ohne, ohne überhaupt zu zucken, wenn die Menschen liebenswert bleiben und wenn die, wenn die Gemeinschaft liebenswert bleibt, solange es, also jetzt nicht, nicht nur wegen dir, Bremchen, aber wenn ich mir überlege, was wir alles an tollen Initiativen im Verein haben, was wir für eine Power in der Ostkurve haben, was wir für einen Auftritt haben auf anderen Bereichen, dass wir jetzt den Frauenfußball etabliert haben, dass wir der Verein sind, der mit Abstand die meisten U-Nationalspieler stellt und so weiter und dass wir klar jetzt zwei Spiele verloren haben. Da werden wir jetzt dann gleich nochmal dazu kommen, dass wir zwei Spiele verloren haben und dass wir durch eine ganz, ganz schwere Zeit in unserem Vereinsleben gehen. Da werden wir auch gleich nochmal dazu kommen. Ich nenne es so spöttisch die normative Kraft des Verkackten. Also du kannst dir unheimlich viel vornehmen, aber wenn du ganz, ganz tief in der Grütze steckst, gibt es die normative Kraft des Verkackten. Du musst Kröten schlucken, du musst dich aus dem Dreck rausarbeiten, du musst Dinge tun, von denen du vielleicht nie, auch nur im Traum gedacht hättest, dass du mal in die Verlegenheit kommen würdest, darüber nachdenken zu müssen. Das war jetzt ein kompliziertes Satz, den muss ich selber nochmal aufdröseln. Ich nehme es ja deswegen auf. Aber das ist, über allem steht dann für mich etwas, ich bin heiß auf diese Saison. Ich habe mehr Positives gesehen bisher, als ich eigentlich, doch ich habe es eigentlich erwartet. Ich habe von dem Fabian Rehse, von dem Toni Leistner, um jetzt mal zwei Neuzugänge zu nehmen, habe ich genau das erwartet, was sie gezeigt haben. Ach, das war wieder so ein typischer Lorenz-Monolog. Ich entschuldige mich für die Angriffe am Anfang, aber ich habe auch gemerkt, es macht mir gar keinen Spaß, also es macht mir gar keinen Spaß, über irgendwas herzuziehen, was wirklich sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr wertvoll ist. Und deswegen überlege ich mir, wie ticken solche Menschen, haben die danach, geht es denen wirklich besser, nachdem sie das Kot-Smiley in den Hertha-Post gehauen haben? Ich staune ein bisschen, dass du dich da so dran aufhängst. Ich glaube, die Art und Weise, wie Leute miteinander umgehen in sozialen Medien, ist doch kein reines Hertha-Problem, das hast du doch bei allen möglichen Sachen. Insofern würde ich mich da gar nicht so triggern lassen, auch wenn ich natürlich immer wieder Sachen lese, wo ich auch denke, das ist daneben. Und auf der anderen Seite haben wir hier, glaube ich, in dem Kreis die Möglichkeit, es genau anders zu machen. Ich werde auch Kritik üben und wir haben ja auch Sachen, die sind nicht einfach. Aber ich glaube, wir werden immer noch darüber sprechen können, obwohl wir wahrscheinlich auch bei vielen Sachen wie sonst auch anderer Meinung sind. Aber es geht, dann leben wir es halt besser vor. So, damit kann ich für uns leben. Und das ist für mich eigentlich auch die beste Art und Weise, zu reagieren. Ja, das ist auch eigentlich, sage ich mal, das ist auch die Quintessenz, das ist auch der Appell, in den 90 Minuten und danach eskalieren, ja, jederzeit. Trotzdem, und ich sage jetzt nochmal, vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen mehr sensibilisiert, erstens durch meinen Beruf, dass ich mich jahrzehntelang um solche Meinungsäußerungen auch kümmern musste. Beruflicherweise und dass ich beispielsweise damals im Hertha Insight Forum ja gemerkt habe, wenn du konsequent versuchst, Vernunft zu streuen, wenn du überprüfbar bist, wenn du auch als Journalist in einer schwierigen Situation sagst, das und das und das ist mein Informationsstand und jetzt schauen wir mal, ob das dabei rauskommt, dass sich viele Leute auch überzeugen lassen und dass viele Leute auch dann dann auch froh sind, wenn sie da eine gewisse Leitschnur haben. Ich muss mir nachsehen, dass ich in Kaiserslautern wohne, wo dieses Phänomen, diese einerseits unfassbare Begeisterung über den 1. FC Kaiserslautern, also in der vergangenen Saison, in der Spätphase, gab es hier einen Fanmarsch in der Stadt, da hat die Pfalz gewackelt. Das war beim Spiel gegen den Hamburger SV. Ausverkaufter Betzenberg, das ist ein Feiertag des Fußballs gewesen. Aber wenn du beim Betze in die Foren gehst, da geht es zur Sache, das ist unfassbar. Also der Trainer ist eigentlich schon entlassen, der hat überhaupt keine Chance mehr, der hat von Anfang an, nach der schlechten Rückrunde, hat der keine Chance mehr gehabt und jetzt ist eigentlich bloß eine Frage der Zeit, die haben das Auftaktspiel verloren und jetzt ist eigentlich bloß eine Frage der Zeit, wann Dirk Schuster dann endlich, endlich die Stadt verlässt, so ungefähr. Und das ist für mich komplett verrückt, weil ich glaube, sowohl Kaiserslautern, aber eben bei Hertha kann ich es ja viel besser einschätzen, wir haben so viel Gutes, wir haben so viel Kraft, wir haben so viel Power und ja, man kann das ignorieren, aber ich finde, dass dieses Gift, das schadet dem Verein, weil wir natürlich auch Medien haben, Klick-Klitschen und auch größere Medien, die dieses Gift natürlich sofort aufbearbeiten, die ein Geschäftsmodell haben, das auf Giftverbreitung aufgebaut ist und die sich, man sieht es ja jetzt an der Berichterstattung auch gestern und heute wieder, der Sturmlauf der Fans ist dann die Schlagzeile zur Entscheidung über den Trikotpartner und solche Sachen und da, ja, stell mir eine Frage zu den Themen oder noch. Ja, jetzt hätte ich dich auch unterbrechen müssen, denn ich finde, Kritik darf man äußern und Kritik muss man äußern und es gab auch Gründe, Kritik zu äußern und ich kann auch viele verstehen, die das tun. Vielleicht können wir uns ja mal am aktuellsten Beispiel langhangeln. Vor drei Tagen hätte ich auch noch nicht gewusst, dass wir darüber reden würden, jedenfalls nicht so negativ, denn dickes B kenne ich eigentlich ganz positiv von Seed mit Peter Fox. Genau das haben wir jetzt auf dem Trikot, aber die meisten reiben sich da doch dran, weil es nämlich vor allem nicht für Seed und nicht für Berlin steht, wie es in dem Song gewesen wäre, sondern wir haben einen neuen, ja, Trikotsponsor, Online-Casino- und Sportwettenanbieter Crazy Buzzer ist nämlich Trikotsponsor geworden und da reiben sich sehr viele dran. Das hat einerseits damit zu tun, dass zum Beispiel Präsident Bernstein oder überhaupt die Wir-Hatana sich ja im Wahlprogramm eigentlich recht deutlich dagegen sowas geäußert hatten. Es gab in Interviews, ich weiß jetzt aber konkret vor allem vom Tagesspiegel, auch nochmal eine ausdrückliche Distanzierung von Sportwettenanbietern als Sponsor und das fliegt ihm natürlich oder fliegt dem Verein jetzt um die Ohren und ich finde das auch völlig in Ordnung. Also wer das kritisiert und sagt, du sprichst erst so und machst es dann so, das musst du dir vorhalten lassen. Was hältst du davon? Ganz, ganz schwieriges Thema. Also für mich persönlich eine der dicksten Kröten, die ich als Fan von Hertha BSC je schlucken musste. Da reicht auch ein ganzer Eimer Dönersauce kaum aus, um das schmackhaft zu machen. Also schmackhaft geht überhaupt nicht. Ich habe im persönlichen Umfeld Dinge erlebt mit Spielsucht und Ähnlichen, wo ich einfach sage, da ist jede Kritik, es ist verständlich. Ich kann mir nur vorstellen, dass es überhaupt keine andere Möglichkeit gab. Ich klammere mich an den Strohhalm, dass der Vertrag für ein Jahr abgeschlossen wurde, was ja auch eher unüblich ist in dieser Branche. Und ansonsten glaube ich, hat der Präsident ja, ich glaube die BZ zitiert ihn sogar heute und die DPA zitiert ihn, hat ja auch Stellung genommen und sagt ja, gibt ja ganz offen zu, dass das ein Widerspruch zu diesem damaligen Visionspapier ist. Das muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne massiven finanziellen Druck, dass es zu so einer Entscheidung kommt. Ach so ein Mist, jetzt habe ich mir das Statement von Bernstein dazu zwar rausgeschrieben gehabt, aber ich glaube ich habe es nicht abgespeichert. Das ist glaube ich nicht in unseren Unterlagen. Also er hat sich dazu geäußert? Er hat sich dazu geäußert. Ich glaube, der Marc Schwitzki hat es auf Twitter auch geteilt. Und ich paraphrasiere jetzt, das heißt so ungefähr, dass er diesen Vertrag zugestimmt hat, dass er ganz klar sieht, dass es da einen Widerspruch zu dem Visionspapier von Viha Tana gibt, dass er aber nach allen vorliegenden Informationen für ihn die Lage im, ich glaube die Formulierung heißt, Fanromantik, der Spagat zwischen Fanromantik und Realpolitik. Und ich glaube, das ist dann ja auch sehr gut, oder Fan-Dasein und Realpolitik. Und ich glaube, das ist dann auch ganz gut beschrieben. Also das ist schon etwas, was einfach kein einfaches Thema ist. Es steht dann glaube ich in dem Statement auch drin, dass das eine Firma ist, die nach deutschem Recht lizenziert und zugelassen ist. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, was das bedeutet, ob da besondere Vorrichtungen dann eben drin sind zum Jugendschutz und zum Schutz gegen Suchtprobleme und so weiter. Und so wie ich die handelnden Personen kenne, hat man sich sicher auch mit dem Trikotpartner darüber unterhalten, was denn da gemacht wird. Ob das dann tragfähig ist oder nicht, werden wir als Fans nicht beurteilen können. Ich glaube, dass bei vielen auch so ein kleiner Bruch drin ist, die, sagen wir mal Bernstein persönlich oder die, die handeln, bisher da eher in Schutz genommen haben. Es gab ja durchaus schon mal unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Entscheidungen. Also warum ist Bobic so lange geblieben? Hätte man den nicht früher gehen lassen können? Denn es gab ja mal eine Aussage, ob die Saison durchfinanziert ist. Diese und die folgende Saison sind durchfinanziert, ist ja damals mal gesagt worden. Ich glaube, da haben ihm viele zugute gehalten, dass sie gesagt haben, okay, das war vielleicht eine Fehlentscheidung. Oder mit dem Wissen von heute kann ich das noch gutieren, dass man es eben nicht besser wusste. Aber hier sehen doch viele den Unterschied, dass es eine bewusste Entscheidung war. Ja, absolut, aber vielleicht ist da dann auch wieder der Punkt. Oder du stoppst mich, wenn ich deiner Meinung nach zu sehr drauf rumreite. Wenn grundsätzlich jede Entscheidung, alles was passiert, negativ kommentiert wird und von Teilen der Medien, und zu den Medien gehören für mich inzwischen auch die sozialen oder die asozialen Medien, weil viele Menschen, und das wissen wir, und das ist auch dokumentiert aus Untersuchungen, ja keine Abonnementszeitung mehr oder keine Fachliteratur mehr lesen, sondern sich diese zweimal vorgekauten, teilweise dann auch verkürzt oder verfälschten Informationen aus Social Medien holen. Und für die ist das dann die Wahrheit. Das habe ich gelesen im Internet. Das habe ich gelesen. Und das ist so eine ganz krasse Verschiebung des Horizonts. Und wenn wir jetzt einfach mal durchgehen, dass das fast jede Entscheidung, du hast die eine Sache gesagt, Freddy Bobic sei zu spät entlassen worden. Meine Challenge, Brämchen, bring mir eine einzige seriöse Stimme vor der Entlassung von Freddy Bobic, die gefordert hat, Freddy Bobic soll entlassen werden. Die gab es nicht. Sandro Schwarz stand in der Kritik. Aber ich kenne keine seriöse Stimme, die gesagt hat, ja mit dem Bobic, da geht es nicht weiter. Das war zu dem Zeitpunkt, als er dann vielleicht zu spät, vielleicht… Ist das das Hauptargument? Hätte man nicht auch sagen können. Es geht ja gar nicht darum, ob das jemand gefordert hat. Aber wenn der Verein sich entscheidet, ihn gehen zu lassen und er tut es am Ende der WM-Pause, zwei Tage vor Ende der Transferfrist, wenn das alles schon so getrennt war und es schon so große Probleme gab, dann finde ich die Frage fair, wo man sagt, wäre es nicht besser gewesen, das vorher zu machen, wenn auf der Entscheiderseite schon die Erkenntnis gekommen ist, das geht so nicht weiter. Und wenn man der Meinung ist, dass die Transfers nicht gut waren, dann hätte man das auch schon, ich sage mal, vier Monate vorher sicherlich genauso beurteilen können. Also die Kritik finde ich in Ordnung, das zu formulieren. Muss man denn… Gut, wenn man jetzt noch dazu sagt, dass zwischen dem Ende der WM-Pause und der Entlassung von Freddy Bobic drei Punktspiele lagen, wenn man jetzt auch noch dazu sagt, dass während der WM-Pause und bis zur Entlassung von Freddy Bobic eher beim DFB gehandelt wurde, also sozusagen auch, weiß ich nicht, ob das eine Rolle gespielt hat intern, auch die Chance bestand, eine galante Lösung dieses Problems zu haben, dann kannst du solche Dinge immer nur in der Rückschau nur teilweise richtig werden. Du kannst natürlich sagen, na klar, hätte ich dann doch nach dem letzten Spiel im Dezember entlassen, dann wäre doch alles gut gewesen. Ja, klar, vielleicht wäre es sogar noch besser gewesen, ihn zum Saisonbeginn zu entlassen, aber die Wahl von Kai Bernstein war am 26. Juni. Das Geschäftsjahr begann am 1. Juli. Das heißt, sämtliche finanziellen Parameter und auch die Versicherung, dass diese Parameter belastbar sind und tragbar sind, lagen zu diesem Zeitpunkt ja auf dem Tisch. Und Kai Bernstein hat ja in einem Interview sehr deutlich gesagt, den einen Vorwurf, den er sich macht, ist, dass er nicht am 2. Juli gesagt hat, wir brauchen hier einen externen Sanierer, der einfach mal die Zahlen durcharbeitet und der die Knallhardt auf den Tisch legt. Jetzt stelle ich mir den Wirbel im Medienwald vor, wenn der Ultra-Präsident nach sieben Tagen Amtszeit einen externen Sanierer holt und damit sozusagen die Autorität aller Beteiligten untergräbt. Also du kannst es in der Situation, in dieser verfahrenen Situation, in der Hertha BSC sich durch die Wirren der Jahre 2019 bis 2022 oder 2018 bis 2022 befunden hat, kannst du eigentlich nur falsche Lösungen machen. Wo ich halt dann wirklich so manchmal, also ich muss mich ja auch immer selber dagegen wehren, dass ich aus 650 Kilometer Entfernung und mit meiner Verbundenheit zu Hertha BSC, aber auch mit meiner Verbundenheit zu vielen handelnden Personen, die ich halt auch über Jahre und Jahrzehnte kenne, dass ich nicht alles zu rosig sehe und dieser Kritik auch stellen. Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise die Transferfrage anschaue, und es gibt ja einige Journalisten, die das auch wirklich einordnen, aber die werden ja nicht gehört. Ich mache jetzt einfach mal den Vorschlag für jeden, der wissen will, was wirklich los ist. Transfermarkt.de, Bundesliga, Sommertransfers. Da stehen alle Transfers aller Vereine. Und dann siehst du mit einem Blick, einmal scrollen von oben bis unten, was auf dem Markt, dem Transfermarkt im Sommer 2023 los ist. Außer bei den Top-Vereinen gibt es keinen einzigen Transfer, der irgendwo in die sieben oder acht oder neun Millionen geht. Top-Vereine plus München-Gladbach, sage ich jetzt mal. Die Werksvereine. Also Gladbach hat, glaube ich, zwei Jungs nach England verkauft für horrendes Geld oder irgendwo in eine andere Liga verkauft für horrendes Geld. Aber dann, wenn du dir das untere Drittel oder die untere Hälfte der Bundesliga anschaust, dann gibt es dort zum Stand jetzt keinen einzigen herausragenden Transfer. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir sagen, wenn wir jetzt sagen, wir haben da für den Toussaint zu wenig Geld lukasiert, dass das, ja, woher kommt denn diese Einschätzung? Ich kann mir vorstellen, dass es für Lukas Cesar kein einziges Angebot gab, außerdem das 1. FC Union. Dass du aber pro Monat einen Bruttobetrag mit allen Arbeitgeberzuschlägen, ich sage jetzt mal von Pi mal Daumen, 750.000 Euro überweisen musst. Das heißt, wenn du jetzt noch zwei Monate wartest und darauf pokerst, dass du vielleicht zwei Millionen mehr bekommst, hast du keine zwei Millionen mehr, weil du die zwei Millionen vorher schon ausgegeben hast. Lass uns nochmal zurückkommen auf das Trikot. Der Punkt ist ja, dass etwas gemacht wurde, von dem man sich vorher ausdrücklich distanziert hat. Für mich ist ja die Interpretation eigentlich verhältnismäßig einfach. Den handelnden Personen muss ja klar gewesen sein, dass das, was sie da gerade tun, genau dem entspricht, was sie zuvor gesagt haben, was sie eigentlich nicht wollen. Wie groß muss die Not gewesen sein, finanziell es doch zu tun? Das drückt es eigentlich schon alles aus. Du siehst, es dreht sich ja alles im Kreis. Hertha ist mit den Finanzen ziemlich mit dem Rücken zur Wand und anders kann ich mir diese Aktion auch nicht erklären. Und ich glaube, das bringt es recht auf den Punkt, würde ich mal so behaupten. Ich hatte dir vorher schon gesagt, diese Folge heute, die steht so ein bisschen unter dem Motto, wie konnte das eigentlich passieren? Das mit dem Trikot, das ist eine Sache. Aber wenn ich jetzt mal die letzten vier Jahre Revue passieren lasse, dann ging es uns vor vier Jahren irgendwie noch besser, obwohl wir damals über Mittelmaß geklagt haben. Und die vielleicht für mich etwas ketzerische und gemeine Frage, wie konnte das passieren, dass wir absteigen? Obwohl wir doch zuletzt mit Fredi Bobic und mit Michael Preetz Manager hatten, die ja den Berliner Weg quasi gegangen sind, weil es ja ehemalige Spieler sind. Also die hatten ja eine Berlin-Vergangenheit und hatten sich durchaus ja wahrscheinlich auch irgendwo mit dem Verein identifiziert. Warum frage ich das so ketzerisch? Weil man merkt, dass das allein natürlich nicht alles ist. Also ich würde ganz gerne mit dir nochmal einen kleinen Blick zurückgehen, weil es ja letztendlich auch die Entscheider waren, bei Hertha BSC die letzten Jahre mit begleitet zu haben. Ich hatte vor, ich weiß nicht, in der ersten oder zweiten Folge mal gefragt, und das würde ich ganz gerne jetzt auch fortsetzen, das ist auch ein Grund, warum ich das frage oder warum ich ganz gerne nochmal die Manager bei Hertha so ein bisschen durchgehen würde. Ich hatte dich mal gefragt, wie du, nachdem Michael Preetz weg warst, seine Zeit beurteilst. Und da hast du damals gesagt, das kann man erst später machen. Da war ich damals so enttäuscht, bin aber nicht eingegangen drauf und würde das heute gerne mal nachholen. Und zwar, wenn es geht, ab Dieter Hoeneß. Jetzt habe ich so viel erzählt. Willst du zu meiner provokativen Frage noch was antworten? Oder soll ich gleich weitermachen? Wer ist schon so provokant, der fragt, der muss auch eine Antwort vertragen. Du meinst die Frage nach Michael Preetz, oder? Generell Berliner Weg. Und wir haben ja gesehen, nur Berliner Vergangenheit ist nicht alles. Waren ja auch nicht unwesentlich nachher, leider in den letzten Jahren da waren beteiligt, auch am Misserfolg von Hertha BSC in der Kaderplanung. Das waren ja schon wichtige Keyplayer in der Sache. Ich hätte eine sehr philosophische Antwort. Die nehme ich auch gerne. Aber die müssen wir dann wirklich auch nochmal an den einzelnen Personen überprüfen. Ist es nicht eine Kernbedingung des Fußballs, dass das Scheitern am Ende deiner Tätigkeit steht? Also in 99 Prozent der Fälle. Es wird ja eigentlich niemand entlassen, außer er erreicht irgendwann mal die Altersgrenze oder er geht zu einem anderen Verein, wo er eine größere Aufgabe sieht oder dort wirken kann. Aber wenn jemand entlassen wird, wird er ja entlassen, weil er gescheitert ist. Die Erwartungen nicht erfüllt. Weil die Erwartungen nicht erfüllt sind oder weil es eben intern so viele Rumoren und so viele Unverträglichkeiten gab, dass man gesagt hat, hey, wir müssen hier einen Schnitt machen und jetzt muss es eben weitergehen. Mit jemand anders. Und ich glaube, da sind wir ja in diesen drei Manager-Figuren, Dieter Hoeneß, Michael Preetz, Freddy Bobic und jetzt dann eben ganz neu als Sportdirektor Benni Weber, sind wir ja, weiß ich nicht, ob da diese Provokation, die du machen darfst, mit dem Berliner Weg stimmt. Weil für mich, und ich glaube auch, ich habe da das Präsidium richtig verstanden, ist der Berliner Weg was anderes. Der Berliner Weg deckt sich vielleicht noch am ehesten mit, will ich gar nicht sagen, vielleicht mit einer Grundphilosophie von Hoeneß und auch Preetz, dass man es machen möchte, aber dass es jetzt eben sozusagen als Entscheidungskriterium ganz oben steht, mit Entscheidungen zu überprüfen, was bringen sie dem Verein in seiner Gänze, also dem Verein Hertha BSC in seiner Gesamtheit. Dieter Hoeneß hat sicher auch ganz gern Local Players, wie das ja so schön heißt, nein, Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Es gab ja eine ganze Menge, ich meine, wenn Andi Schmidt ist, ist einer der Rekordspieler von Hertha BSC, den habe ich ja noch auf der Seestraße das erste Mal gesehen, Fußballspielen. Du hast ihn zum ersten Mal auf der Seestraße gesehen, das ist ein schönes Wortspiel. Das waren noch Zeiten, als dort die Punktspiele von so tief unten waren wir mal, in der Oberliga Berlin. Jürgen Sundermann war, aber ich glaube, das war damals dann, das war dann schon ein bisschen noch früher. Egal, Dieter Hoeneß hatte seine großen Visionen mit Europa und mit Bayernjäger und sonst irgendwas und hat für eine gewisse Zeit geschafft, Berlin auch in dieser, wie man so schön sagt, anzuzünden. Wir haben es ihm geglaubt und wenn man zurückschaut, muss man ihm ja auch wirklich in großen Teilen Abbitte leisten und sagen, das war die spektakulärste Zeit von Hertha BSC in den letzten 30 Jahren. Das ist einfach so. Ich würde uns gerne noch mal ein bisschen füttern mit Infos. Ich habe ja viel aufgeschrieben, ich lese nicht alles vor, aber vielleicht kann man es ja noch mal erwähnen, bevor ich das vorlese. Es gibt ja manchmal, Personen der Geschichte haben einen Beinamen. Alexander der Große, Friedrich der Große. Ich habe Dieter Hoeneß den Professionalisierer genannt. Das klingt vielleicht ein bisschen technisch, aber ich glaube, dass das, was er geschafft hat, war in seiner Amtszeit, die von April 97 bis Juni 2009 ging, einen Verein, der immer noch irgendwie sich organisierte und auf dem Stand eines Amateursportvereins war, Professionalität beizubringen, die, ich glaube, in Teilen, ich glaube auch, ich weiß nicht, bei der Jugendakademie könnte das der Fall sein, bis heute überlebt haben. Das muss man einfach mal anerkennen. Vor allem muss man es wahrscheinlich auch verstehen, indem man weiß, wie es vorher war. Im Sommer 1997, also erst in April 97, ins Land gekommen, stieg Hertha BSC nach vielen, vielen Jahren der Zweitklassigkeit oder der Zweitklassigkeit auf, hat mit Jürgen Gröber dann die erfolgreichste, sportlich erfolgreichste Zeit von Hertha BSC in den letzten 43 Jahren gemacht. Absolut. Ich habe ab 1980 gerechnet, wo Hertha ja damals abgestiegen ist. Ich habe hier noch was dazu geschrieben. Ich überlege, ob ich das vorlese. Das ist mal ein Statement, was ich mal abgeben wollte. Ich habe es aufgeschrieben, klingt vielleicht ein bisschen hölzern, aber für Hertha BSC war Hoeneß Fluch und Segen zugleich. Man muss ihm dankbar sein, dass er Hertha BSC zunächst in der Bundesliga etablierte und dem Klub auch professionalisierte. Der Verein hatte diese Modernisierung dringend nötig. Schwierig wurde es, als Hoeneß dauerhaft in die Champions League wollte. Hertha verschuldete sich für Spieler, mit denen man den nächsten Schritt machen wollte und die sich dann eigentlich auch dadurch durch diese höhere Qualifikation und refinanzieren sollten. Und das klappte nicht. Also ich kann mich noch an André Lima, an KK, an Luisao erinnern. Das war meines Erachtens auch ein Teil seines Scheiterns. Und ich fand das insofern ganz witzig, weil ich den Eindruck habe, dass es zum wiederholten Mal ist, dass ein Manager bei Hertha BSC gehen muss, der versucht, den nächsten großen Schritt nach oben zu machen. Und beiden ist leicht, dass sie groß finanziert haben, dass sie der eine auf Schulden, der andere mit Windhausgeld. Und beide haben gesagt, ja, die größeren Gehaltskosten der nächsten Zeit, ja, im Moment können wir es nicht finanzieren, aber durch die sportliche Qualifikation kommen wir ja nach weiter, kommen wir nach oben und dann können wir das bezahlen. Und bei beiden ist es nicht eingetreten. Bei uns belastet das bis heute, das ist ein Teil unserer finanziellen Problematik und Hoeneß hat dadurch auch recht viele Schulden an Michael Preetz übergeben und den in Teilen handlungsunfähig gemacht. Ich sehe da eine Parallele. Ich weiß nicht, ob es so einfach gedacht ist, aber ich glaube schon. Also einfach gedacht ist es auf jeden Fall eine Klammer, da gebe ich dir recht. Es hat natürlich 1892 Facetten. Also das ist wirklich so. Fußball, und ich glaube, das erleben wir jetzt auch wieder, gerade in der Jetzt-Zeit, ist so verrückt, dass du es ja manchmal im Detail überhaupt nicht beschreiben kannst. Mein Titel wäre für Dieter Hoeneß wäre der sich selbst verbrennende Turbolader. Also nein, es ist wirklich so. Damit hatte ich nicht gerechnet. Die Power, die er dort reingebracht hat, die Schritte, die dann absolviert, die Sprünge, die absolviert wurden, die waren phänomenal. Ich gehe auch bei der Professionalisierung mit, dass viele Sachen da auf den Weg gebracht wurden. Dass er ja, was man im Nachhinein komplett vergisst, auch immer gesagt hat, das Olympiastadion ist kein Asset. Wir hätten, wenn wir bei der WM sozusagen, wenn es gelungen wäre, dass für die WM 2006 ein richtiges Stadion gebaut worden, wäre, dann wären die Voraussetzungen für Hertha BSC sehr, sehr viel besser gewesen. Wir kennen alle die Geschichte, dass die Vereine, die ein WM-Stadion bekommen haben, eben zwischen 10, 15 bis 20 Millionen mehr Einnahmen pro Jahr alleine aus dem Spielbetrieb erwirtschaften lassen, als wir im Olympiastadion je erreichen können. Dieter Hoeneß, irgendwas vom Herzen, vom Einsatz, vom wahnsinnigen Erfolgswillen abzusprechen, ist im Nachhinein und insgesamt vollkommener Quatsch. Ich muss dazu wirklich jetzt ein Disclaimer loswerden. Ich habe bis zum heutigen Tag ab und zu Kontakt mit Dieter Hoeneß. Das ist einfach so, wenn du in meinem Beruf lange, lange Jahre und dich jetzt nicht vollkommen zerstritten hast, dann ruft man einfach mal an. Ich weiß, dass er bis heute an Hertha BSC hängt, also auch mit diesem Verein mitfiebert. Ich mache noch einen Disclaimer, ich bin ein großer Fan seines Sohnes als Trainer. Der lässt einen Fußball spielen, beim Bayern-Nachwuchs hat mir das schon gefallen und das ist halt so auch so eine Persönlichkeit, jetzt schon in jungen Jahren schon eine Persönlichkeit und obwohl ich ihm in den direkten Duellen dann in der Spätfolge der vergangenen Saison kein Glück gewünscht habe, ist es schon auch eine phänomenale Leistung von Sebastian Hoeneß, dass der VfB Stuttgart in der Bundesliga geblieben ist. Die Endzeit von Hoeneß waren Männerstreitigkeiten, die man in der Öffentlichkeit überhaupt nicht beschreiben kann und da haben alle ihren Anteil dran und es war einfach am Schluss, war es, wer setzt sich durch und ich weiß nicht, ob mir jetzt ein Dieter Hoeneß, Klammer auf, mal wieder, Klammer zu böse ist, wenn ich das so formuliere, aber ich glaube, dass ich im Gespräch ihm das auch erklären könnte, es ist schon irgendwie typisch für diese ganze Zeit, nicht für ihn als Menschen, vor allem nicht für ihn als Menschen jetzt, der ein sehr abgeklärter, auch, das macht einfach Spaß, mit ihm über Fußball zu sprechen, aber dass die vielleicht spektakulärste Personalentscheidung, nämlich Lucien Favre aus der Schweiz zu holen, dass die dann zum endgültigen Bruch geführt hat, weil er sich mit diesem Lucien Favre einfach nicht auf einen Modus operandi einigen konnten und dieser Streit einfach den Verein zerrissen hat. Also dieser Dauerkonflikt zwischen Dieter Hoeneß und Lucien Favre war dann einfach irgendwann mal nicht mehr zu managen und dann dazu kam es dann eben zur Ära gegen Bauer Preetz. Ich habe ja hier immer mit die Frage aufgeschrieben, woran ist er gescheitert und bei der Suche danach, mir das nochmal über Artikel aufzubereiten, bin ich über zwei Begriffe gestolpert. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der Tagesspiegel war, aber irgendwo hatte ich mal, als Hoeneß gegangen ist, einen Artikel gefunden, da war einfach nur geschrieben, der Mann, der nichts delegiert, mehr habe ich jetzt nicht als Zitat, aber das fand ich schon bemerkenswert und die Taz hat seinen Führungsstil bei Amtsende mal als das Ende der Ich-Maschine beschrieben. Das klingt nicht nach einem Teamplayer oder das klingt ja auch nach einem Defizit im menschlichen Bereich eben mit anderen zusammenzuarbeiten. Das ist unheimlich schwierig, weil Er muss ja offensichtlich angeeckt sein, auch persönlich und so klingt es jedenfalls. Absolut, mit Dieter Hoeneß kann man sich hervorragend streiten. Hervorragend. Das möchte ich gar nicht. Ich glaube, danach gehe ich heulend raus. Auch das kann passieren. Ich glaube halt, wie willst du so eine Funktion oder so eine Karriere bewerten? Wie würden wir, sag ich mal, einen Uli Hoeneß bewerten? Wie würden wir in der Rückschau einen Gerhard Mayer-Vorfeld, um jetzt einfach mal so ähnliche Charaktere ranzuziehen? Willi Lemke fällt mir da noch ein. Rainer Kallmund fällt mir da noch ein. Wen gibt es? Es gibt sicher noch ein paar weitere, wo du jetzt genau weißt, auf was ich hinaus will. Es war diese Zeit, in der der Fußball nicht nur in Deutschland, sondern weltweit auch finanziell explodiert ist, wo plötzlich auch Summen, die heute schon wieder lächerlich klingen, aber wo ich glaube, damals bei Alex Alves, der Transfer wurde vom damaligen Präsidenten, wie hieß er, Müller, Werner, Werner, Walter, Müller, der von Mercedes. Ich weiß es nicht. Wurde abgelehnt. Intern wurde dann im Hintergrundgespräch erklärt, der Gesamtumfang dieses Transfers sei weit über 20 Millionen. So, also für heute, für heute immer noch ein spektakulärer, aber normaler Transfer. Ja gut, aber das war ja damals auch anders. Und Hoeneß hat einfach diesen Transfer durchgeboxt, weil er dieses Risiko eingegangen ist. Und hat halt dann Hertha auch bis in die letzte Phase seines Berliner, seiner Berliner Ära gelebt. Wenn man noch ein anderes Beispiel hat, Marcelinho war ein extrem von vielen Dämonen und vielen Geschichten abgelenkter, fast zerstörtes Genie. Und da hat es Dieter Hoeneß hingebracht, die besten Jahre zusammen mit dem Trainer damals und zusammen halt sicher auch mit einem guten Umfeld hat er es geschafft, die besten Jahre aus diesem, die spektakulärsten Jahre aus diesem Marcelinho rauszubekommen, der ja dann ja notverkauft werden musste zur eigenen finanziellen Rettung in die Türkei und dann nach Wolfsburg zurückkam und da reden wir jetzt mal lieber nicht drüber, wie das dann in Wolfsburg ausgeschaut hat. Das ist eine Hoch, ich, ach komm, du verlangst von mir oder du verlangst insgesamt und das ist dein gutes Recht, verlangst du eine nüchterne Bewertung einer ein und es ist unheimlich schwierig. Lassen wir es dabei im Nachhinein im Nachhinein und das ist ja das, was ich dann auch mit Michael Preetz gesagt habe. Wann war der Abschied nochmal von 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 Dieter Hoeneß 2008, 2000 Ich gucke nach. Ja. Ich habe wenig im Kopf, aber ich kann manchmal gut lesen. Juni 2009 tatsächlich. Juni 2009, das heißt 14 Jahre später machen wir eine 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 deutliche das muss ich ihm jetzt auch einfach zugestehen und das gestehe ich ihm gerne zu machen wir eine deutliche Neubewertung dass wir sagen man muss die Ära Dieter Hoeneß die damals mit er hat nur Schulden und so weiter hinterlassen man muss konstatieren es war die erfolgreichste Ära wie du sagst in den letzten 40 Jahren. So. Michael Preetz ist 2018 ausgeschieden oder 2019 ausgeschieden das heißt frag mich 2033 nochmal 14 Jahre später Jetzt hatte ich ja so gesagt wie konnte das passieren und hatte mich in Teilen auf den Abstieg und etwas Augenzwinkern auf den Berliner Weg bezogen wenn es um Dieter Hoeneß geht muss man sagen das war eigentlich derjenige der mit dem aktuellen Abstieg mit Sicherheit am wenigsten zu tun hatte aber dessen Bewertung mit dem heutigen Misserfolg und vielleicht auch mit dem Misserfolg der Folgejahre doch als eine erfolgreiche Zeit dasteht und wahrscheinlich deutlich mehr als es damals der Fall war Absolut Michael Preetz darf ich zu dem kommen ich würde ganz gerne zu Michael Preetz wechseln war von 96 bis 2003 Spieler hat eine Berliner Vergangenheit eine große wechselte 96 zur Hertha BSC stieg dann recht schnell mit dem Klub auf Torschützenkönig kann man sich gar nicht vorstellen 23 Tore 23 Tore in der Saison 98 99 ist bis heute soweit ich weiß Torschützenkönig bei Hertha mit 93 Toren hatte dann später Dieter Hoeneß assistiert und war Manager von Juni 2009 bis Januar 2021 er ist zweimal abgestiegen unmittelbar nachdem er seinen Job angetreten hat also abgestiegen aufgestiegen abgestiegen aufgestiegen direkter Wiederaufstieg kann sein dass wir am Ende der Saison auch sagen ja das weiß man heute auch mehr zu schätzen als damals ich hoffe nicht aber es wird nicht einfach dieses Jahr und was ich mir noch notiert habe ich weiß nicht ob dieser Satz so gilt aber ich habe geschrieben Michael Preetz ist von den Fans eigentlich immer bestenfalls gefühlt respektiert worden aber nie geliebt und das war ziemlich anders als zum Beispiel Paul Dardai obwohl eigentlich beide recht leicht lang bei Hertha gespielt haben mag daran liegen dass er vielleicht doch immer ein bisschen er ist nicht so der Menschenfänger das hatten wir schon mal vielleicht ist es unfair vielleicht hat er andere Vorteile aber in der Kommunikation in der Öffentlichkeit er wirkt immer ein bisschen distanziert ist vielleicht seine Art ist vielleicht nicht böse gemeint aber Dardai kann das glaube ich besser du überlegst noch soll ich noch weiter erzählen ich kann ich habe noch nein nein ich glaube halt dass Michael Preetz so lange funktioniert hat wie immer gerade so genug Geld da war um halbwegs komfortabel den einen oder anderen Transfer tätigen zu können nicht allzu sehr in Schwierigkeiten zu kommen und im Mittelfeld oder im gehobenen Mittelfeld der Bundesliga der Bundesliga eben mitzuspielen wenn man das jetzt wirklich empirisch beurteilen sollte ich habe ja schon mal ich habe ja schon mal in einem früheren Podcast von uns gesagt ich würde mir wirklich wünschen dass irgendwann mal so ein junger heißer Sportmanagement Journalist die ultimative Bewertung der letzten 40 Jahre Bundesliga weil es liegen alle Zahlen vor es liegen alle alle Etats vor es liegen Gewinn- und Verlustrechnungen vor es liegen die ziemlich genau abschätzbaren Transfer-Einnahmen und Ausgaben vor und es müsste eigentlich für jemanden der sich mal zwei Wochen hinsetzt und eine Excel-Tabelle anlegen kann müsste eigentlich ganz klar auf der Hand liegen wer am besten gewirtschaftet hat im Vergleich zum eingesetzten Kapital also das ist ja auch immer eine wir sind uns sehr sicher dass die Mannschaft des ersten FC Union Berlin und SC Freiburg in den letzten zehn Jahren sicher am meisten pro Euro an Punkten erzielt haben also ich glaube das können wir jetzt einfach sagen da wird man drauf wetten aber wie schaut denn jetzt so eine 40-Jahres-Wertung in den 40 Jahren waren vielleicht 55 Mannschaften vielleicht eher 60 Mannschaften in der Bundesliga weil es ja doch immer ein ziemliches Rühren in diesem 18er-Topf gibt aber es müsste ja eigentlich was Leichtes sein für jemanden der sich wirklich mitverwenden will ich lobe immer den ich bin totaler Fan von Swiss Ramble der der auf auf Twitter immer Expertisen über die englischen oder über die spanischen Clubs schreibt ein englischer Banker der in der Schweiz arbeitet und jetzt sogar zum ersten Mal auch aus dem Schatten getreten das war in der Neuen Zürcher Zeitung ein großer Artikel über ihn und sowas würde ich mir mal wünschen für die Bundesliga eine empirische Betrachtung und würde mir überlegen würde ich schätzen Hertha BSC liegt vermutlich in diesen ganzen 40 Jahren zwischen Platz 15 und 20 würde ich sagen von 60 Vereinen eingesetztes Kapital rausgeholte Punkte bla 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 angehäufter Markenwert wenn man das definieren kann Michael Preetz hat eine ganze Reihe von von wirklich lustigen und höchst erfolgreichen Transfers gelandet das war schon Ramos beispielsweise oder andere Leute oder war Ramos noch Hönes ne ich glaube Ramos war schon Michael Preetz und hat damit eigentlich Hertha gut getan aber hat nie in irgendeiner Art und Weise so ummünzen können dass wir davon träumen konnten wenn wir es überhaupt träumen wollten wieder in die Champions League oder regelmäßig in Schlagdistanz zur Champions League zu kommen Ich hatte ja von einem Beinamen geredet und ich habe bei Michael Preetz der Bewahrer genommen denn er war niemand er wollte eigentlich gar nicht groß verändern seine Aufgabe war nicht verändern Preetz hat in seiner Zeit bei Hertha überwiegend positive Transferbilanzen gehabt er hatte seine erfolgreichste Zeit zusammen mit Paul Dardai und Hertha war der Ausbildungsverein und in dieser Zeit auch wenn wir heute schimpfen Mittelmaß aber er war verhältnismäßig beständiges Mittelmaß Bundesliga Mittelmaß muss man dazu sagen erste Bundesliga Mittelmaß aber es ging halt auch nicht weiter nach unten wobei es auch jetzt nicht so war als wenn er nach den Sternen greifen wollte in dieser Zeit das war eher Bescheidenheit der ein oder andere sagt ein bisschen zu bescheiden aber okay woran ist er gescheitert er ist in dem Moment gescheitert wo Geld da war komisch eigentlich oder wie oft hat man das fallen die anderen Beispiele ein doch mir fällt sogar das eine oder andere Beispiel ein 1860 München damals als sie mit FC Bayern zusammen das große Stadion und sozusagen mit einem Schlag wollten sie dann da oben auf Augenhöhe sein und sind brutaler abgestürzt als viele 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 andere Vereine die abgestürzt sind es heißt mal auf einer anderen Ebene auch wenn sie sich jetzt wieder erholt haben hat Werder Bremen auch jahrelang immer auf die Champions League gezockt und als es dann nicht mehr passierte gab es auch keinen Plan B und sie sind wirklich dann von einem fast jahrzehntelangen Spitzenklub der Bundesliga zu einem Auf- und Absteiger oder zumindest zu einem unteren Klub durchgereicht worden der jetzt auch glaube ich keine Chance hat auf Dauer irgendwie wieder europäische also die die sogenannte Champions League die mir ja persönlich vollkommen inzwischen vollkommen egal ist anzugreifen und solche Dinge ich glaube bei Michael Preetz und Werner Gegenbauer und vielleicht auch noch mit reingenommen Ingo Schiller muss man muss man konstatieren ob das jetzt eine Ausrede ist oder das muss jeder für sich selber beweisen dass auf vollkommen verrückte Art und Weise fast alles was sie probiert haben schiefgegangen ist und diese ich glaube dieses Dauerfeuer des Misserfolgs dieses Dauerfeuer das es klappt einfach nicht wir können machen was wir wollen das hat auch eine psychologische Auswirkung am deutlichsten war es meiner Meinung nach bei Werner Gegenbauer zu spüren für mich als jemand der halt ein bisschen auch dann lange Zeit ein bisschen näher dran war der am Anfang ja mit seinen Auftritten bei Mitgliederversammlungen die Leute noch gepackt hat also auch wirklich reden gehalten hat amüsant war Kritik auf sich gezogen hat dann sofort wieder aufgelöst hat also da waren schon einige einige richtig gute Auftritte bei Mitgliederversammlungen und dann so richtig am Schluss verbiestert enttäuscht gebrochen wirkte und ein Mann der 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 im Leben unfassbar erfolgreich ist der 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 Lebenswerk hat der in Berlin hinter den Kulissen ein Player ist und der dann aber durch diesen durch dieses pausenlosen scheitern in einem Bereich wo junge Männer mit kurzen Hosen einer runden Kugel hinterher laufen gebrochen wird vollkommen verrückt und ich habe mich vor kurzem ich möchte jetzt den Namen nicht sagen weil ich ihn nicht um Erlaubnis gefragt habe mit einem früheren sehr hohen Wirtenträger von Hertha BSC unterhalten der auch in dieser sehr erfolgreichen Zeit auch eine wichtige Rolle gespielt hat und wir unterhalten und so und ich sage können Sie mir sagen was ist denn da passiert jetzt dann mit in dieser Schlusszeit dass das alles so eine Katastrophe wurde und er sagte ein einziges Wort Kontrollverlust und das ist die auch die einzige Erklärung die für mich irgendwie Sinn macht es ist so wie wenn du dein Leben lang nach einem Traum gierst und jetzt plötzlich gewinnst du gestern Abend hat jemand in Hamburg 117 Millionen Euro im Euro Checkpot gewonnen so der Windhorst Ding war ja ähnlich also vielleicht sogar von der Summe ähnlich weil irgendwie so 200 waren ja erstmal um Altlasten und dieses und jenes und blablabla aber plötzlich hast du Geld und was passiert ist irgendwie so mein Bild ist du hast diese ganze Kohle genommen bist ins Casino und hast es auf die 13 gesetzt und 10 Ferraris gekauft ja das ist der Punkt also wenn man sich nüchtern im Nachhinein diese Transfer diesen Transfer Winter mit ich glaube noch initiiert mit Brez und dann abgeschlossen von Klinsmann anschaut dann muss man ja sagen ihr seid komplett wahnsinnig war der Anfang vom Ende und wir haben zwar gedacht wir hätten wir haben Käfer gekauft den Preis eines Ferraris ich sage nochmal in Lyon haben sie vermutlich den Tag an dem sie die 25 Millionen lückasiert haben den haben sie immer noch als Feiertag die machen jedes einzelne Jahr an dem Tag wo der Vertrag unterschrieben wird machen die eine Polonaise rund ums Vereinsheim wenn es ein Vereinsheim gibt ich war noch nicht in Lyon dort mit Michael Preetz der Bewahrer konntest du leben kann ich auf jeden Fall die letzten Jahre waren dann halt so dass er glaube ich sich einerseits emotional schon zurückgezogen hatte und verbissen und damit dann natürlich auch Verbissenheit hat immer was mit Blindheit zu tun das gilt auch lieber Dieter Hoeneß auch für die Spätzeit Hoeneß dass da eine gewisse nicht mehr hinschauen was links und rechts des Weges passiert ist meine Deutung würde ich auch belegen in einem privaten Gespräch aber das ist auch bei Michael Preetz ohne die vorherigen Erfolge also die Erfolge sind ja ganz klar zweimal Wiederaufstieg Wiederaufstieg ist so wie ich bleibe in der Schule sitzen und schaffe es dann im nächsten Jahr also das ist schon irgendwie schöner Vergleich ja ist so ich war als Kind immer total sauer wenn Freunde eine Prämie bekommen haben weil sie nicht sitzen geblieben sind ich strampel mich da vorne irgendwo im oberen Bereich ab und die kriegen eine Prämie weil sie nicht versagt haben wie dumm man früher war nein und und dann kam eben diese Zeit wo du von der ersten Pressekonferenz gemerkt hast Windhorst Gegenbauer das passt überhaupt nicht zusammen dann dann kam die die Fehlentscheidung mit 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 oder die gut gedachte aber halt einfach nicht funktionierende Entscheidung mit Ante Czovic und ab da war es dann Heide Witzker Herr Kapitän bloß noch bloß noch bloß noch irre Hätte ich als nächstes erwähnt er wurde gegangen damals von Carsten Schmidt ich hatte noch kurz überlegt ob wir über den auch reden aber wir haben gesagt dass es eigentlich unterschiedliche Ämter waren und ja auch vor allem nur eine kurze Phase bei Hertha BSC was ich trotzdem gerne noch mal erwähnen würde auch wenn wir gesagt haben wir reden nicht über ihn ich rechne ihm bis heute hoch an die Zeit mit Arne Friedrich als Hertha gesperrt war in der Corona Zeit und man eigentlich dachte oh Gott wir stehen ganz unten wir müssen ganz wenig spielen in kurzer Zeit ich wenn es darum ging wie konnte das passieren musste man damals sagen wie konnte es passieren dass wir nicht abgestiegen sind und die Ruhe und die ruhige Ausstrahlung von den beiden damals hat extrem geholfen das fand ich eigentlich sehr schön ich wollte es nicht unterschlagen möchte aber ansonsten zu Fredi Bobic kommen wir sind jemanden geholt mit Berliner Vergangenheit du kannst ruhig die Augen rollen wenn du möchtest ich habe nur Angst dass du rüber haust nein das ist nicht der Berliner Weg aber da kommen wir noch dazu aber auf jeden Fall ein Spieler der Berlin Vergangenheit hatte oder ein Manager der als Spieler Vergangenheit hatte er hat ja in Berlin gespielt gehabt er wechselte im Juni 2021 er war der Hoffnungsträger dass es bei Hertha besser geht und zwar vor allem in Punkto Transfers ich glaube Kaderplanung wir wollten endlich wieder einen günstigeren Kader haben wir wollten die Spieler die nicht in Anführungsstrichen sportlich nicht funktionierten von der Gehaltsliste wieder haben und wir wollten eigentlich wieder ja Mentalität haben er stand für Mentalität wie kaum ein anderer auch für Verbissenheit aus heutiger Sicht verstehe ich manche Artikel über ihn aus Frankfurt etwas besser über jemanden der hoch motiviert ist der auf jeden Fall das tut was er für richtig hält aber eben auch ohne Ansehen der Personen also das unabhängig davon darf ich nicht vergessen dass auch ein Zicke Neuendorf und ein Dardai mehr oder weniger gegangen sind bei Hertha unter Bobic das alles ist noch gepaart gewesen mit einem unfassbaren Personalwechsel das hatten wir unter Klinsmann auch schon bei den Trainern und im Trainerstab aber ich glaube so stark wie unter Bobic war es glaube ich bei keinem und das Ganze hat nicht funktioniert er ist für mich und das wäre jetzt mein Beiname eigentlich der gescheiterte Hoffnungsträger denn gekommen ist er als Hoffnungsträger und gescheitert ist er so schnell wie kein anderer Ich glaube wir haben jetzt wir müssen trotzdem nochmal einen Klammer auf bitterbösen Klammer Zusatz zu Jürgen Klinsmann verwenden also ich glaube in meiner ganzen Zeit als Fußballfan als Hertha Fan als quasi näher dranstehender ich habe noch ich war noch nie von einem Menschen charakterlich so enttäuscht wie von Jürgen Klinsmann das war für mich die schäbigste Nummer wegen seines Abschieds die schäbigste Nummer die ich je erlebt habe also das ist bis heute für mich ein absoluter moralischer Tiefpunkt in der Geschichte von Hertha BSC und auch in der Geschichte des Fußballs Ich wollte gerade sagen das ist auch bundesligaweit und ich kann mich an keinen ähnlichen Fall erinnern Also ich weiß noch Jean Löring hat mal einen Trainer in der Halbzeit gefeuert das sage ich mal hat ähnliche Qualitäten aber dass jemand dem du den Schlüssel fürs Vereinsheim und den Schlüssel für das Olympiastadion und den Schlüssel für die Herzen vieler Menschen in die Hand gedrückt hat sich auf so eine widerliche charakterliche Art dann aus der Verantwortung zieht das ist das ist für mich das ist für mich bis heute nicht begreifbar ich weiß noch da war ich da war ich schon in Kaiserslautern und kriege eine Message von einem sehr guten Freund und denke mir der will mich verarschen und schaue drauf ob 1. April ist aber es war ja weit vor dem 1. April und sehe dann dieses Facebook Live Dingens und denke mir ey das ist versteckte Kamera also auch dann die Reaktionen bei Hertha PSC das war ja das war ja komplett so als wäre es kommst du kommst du früh zum Stadion und das Marathon Tor ist zugemauert oder sonst irgendwas oder irgendwas noch noch schlimmeres ist passiert also ich glaube Jürgen Klinsmann und da kann auch wenn dann er hatte aber recht mit seiner Kritik ey Leute hört mir auf rechtfertigt das nicht Jürgen Klinsmann hatte mit diesem Pamphlet das er da besteht hat er ich glaube von 20 Punkten 8 Treffer das schaffe ich blind wenn ich blind auf die Dartscheibe werfe ja aber es rechtfertigt ja auch das Verhalten was soll die Relativierung genau eben gebe ich dir hundertprozentig recht diese komplette Missachtung der Seelen von weit über 40.000 Mitgliedern und Hunderttausenden von Fans also das das ist für mich das also ich hoffe dass der irgendwann nochmal irgendwo auftaucht wo man ihm das auch ins Gesicht fragen kann ob er irgendwo wenigstens zu einer Entschuldigung fähig ist das ist ja das Verrückte an der ganzen Sache wenn ich schon so ein Facebook Könner bin dann mache ich doch irgendwo ein Jahr später oder sonst irgendwas mache ich doch nochmal ein Video und sage ey war der Tiefpunkt ich kapiere es heute noch nicht tut mir unfassbar leid aber das ist ja ein Teil des Profifußballs dass das einfach abperlt an den also die haben ja eine Seele aus Teflon also da perlt ja alles davon ab also ich war noch nie in meinem Leben von irgendeinem Menschen im Hertha Umfeld so charakterlich enttäuscht und bin bis heute bis heute unversöhnlich wütend auf Jürgen Klinsmann so und dann kommt Freddy Bobic und hat ja selber in verschiedenen Interviews gesagt dass das was ihm versprochen wurde oder diese Roadmap to Glory diese 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 Voraussetzungen was er alles noch machen kann dass es die überhaupt nicht mehr gab so die böse Bewertung ist er war deswegen sauer und hat es trotzdem durchgezogen um zu zeigen was für ein harter Hunde ist und hat damit das Chaos noch viel viel schlimmer gemacht und damit ja auch seinen elementarsten Pflichten als Geschäftsführer zuwider gehandelt vor allem als Kaufmann oder die die andere Bewertung ist er hat es halt probiert aber die sehe ich nicht weil ich sehe auch nicht was da jetzt wirklich probiert war außer dieses dieses Gebilde Bobic am Leben zu halten ich komme rein auf meinem ich komme rein auf meinem Gaul ich bin da ich bin da ich bin da der Ganslinger der der Revolverheld der euch rettet ich habe noch 27 Kugeln im Colt und jeder Schuss ist ein Treffer er hat keinen einzigen Treffer meiner Meinung nach also es ist ja Wahnsinn was alles vielleicht ganz kurzzeitig mal so aussah also ich spreche jetzt über unseren aktuellen Kapitän und mag ihn und sehe sein die ganze Geschichte aber Marco Marco Richter ist ja das am nähesten was man als Treffer bezeichnen kann in dieser in dieser ganzen Ära würde ich jetzt mal sagen aber gefühlt die Lies und Björk Hans die haben überwogen so hat es ja da andere so Sachen wie ein Zona kann ich kann ich das kann ich einfach verstehen das ist das ist brutals das Pech aber aber die Leute die wir weggeschickt haben die ja auch sag ich mal dann das Ende von ich sag mal Dieter Hoeneß hätte gerne den Berliner Weg so wie glaube ich ihn Kai Bernstein definiert hätte ihn gerne gemacht aber er hat auch und das war übrigens auch Jürgen Röbers auch Jürgen Röber hat ja junge Spieler spielen lassen aber die haben beide immer wieder betont dass das eben nicht ausreicht auf Dauer Michael Preetz war durch die Not und aus Überzeugung durchaus bereit jungen Spielern eine Chance zu geben hat aber glaube ich auch schon irgendwo immer diesen Fehler gemacht dass man jungen Menschen nicht genug Zeit gibt oder dass man die Propheten im eigenen Land die Talente im eigenen Stall charakterlich härter bewertet als jetzt irgendwelche Neuzugänge von außen aber das kennen wir du bist mit Kindern mit Freunden und so weiter das ist immer eine ganz schwere Sache wenn da einer von außen kommt der hat hat immer ein bisschen mehr der darf ein bisschen mehr falsch machen als der innen kommt aber was haben wir aus der was haben also wir haben jetzt sag ich mal vielleicht drei Versuche wir hatten die Ära der Boatengs was ist im Endeffekt raus geworden die Boatengs und dann danach Ebert De Chaga und so weiter was ist daraus geworden dann hatten wir die Ära mit Arne Mayer und mit wer war noch in der Mannschaft also wir hatten nochmal auch alle weg das lasse ich Bobic an das sind ja die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach genau Samadzisch macht sich sehr gut im Moment also wenn du überlegst was wir alles an Talenten schon immer hatten ich kann mich noch an eine Mitgliederversammlung mit Michael Prez erinnern da ging es Hertha sehr schlecht das konnte man daran erkennen dass der Auftakt seiner Rede die Nachwuchsabteilung war da haben sie die ganzen Bilder der Juniornationalspieler gezeigt weil die Profimannschaft nicht so vorzeigbar war in diesen also wir haben seit Jahrzehnten Penny Weber Zerke Neuendorf Paldaray in dieser Abstufung haben wir eine herausragende Jugendarbeit und schaffen es nicht aus dieser Jugendarbeit dauerhaft und das und fast als Kern das ist der Berliner Weg den glaube ich das Präsidium der Ära Kai Bernstein gehen will dass man eben sagt wenn wir Entscheidungen treffen dann Entscheidungen zugunsten dieser Berliner Spieler und zugunsten von eventuellen Kandidaten die mit dem Verein verbunden sind nicht die Negierung dass von außen jemand als Beispiel ein Shigarchi und ein Gasbeck genau oder zum Beispiel jetzt was mich komplett fasziniert hat weil es ja eigentlich aus 650 Kilometern Entfernung war klar dass Palco zurückkommen wird in Berlin hat es gestern einer der besten Spieler und der hat sich auch da musst du sagen für ihn war es vielleicht sogar ganz gut er war ja wirklich er ist ja das Händchen also und jetzt wenn du auch siehst mit welcher Entschlossenheit der da sich reinflackt und reinhaut dann ist es eben dass ich würde grundsätzlich wenn es möglich ist und das ist ja dann auch der Berliner Weg und das steht übrigens auch in diesem Visionspapier dass wir niemanden also dass ich als Hartaner niemanden böse bin der weg geht vergiss nicht ganz den Pfad zu Freddy Bogic bei dem Thema sind wir noch ja ich komme gleich du hast vollkommen recht sondern dass ich jetzt auch sage wenn dann Ulrich oder einen Gang haben wenn der geht wenn es für ihn in dieser Situation das Richtige ist dann kann ich doch nichts anders machen als ihm zu applaudieren und zu sagen hör zu und bei Jessic glaube ich ist es auch wirklich beiderseitig vielleicht schaffen wir es so gut uns zu entwickeln als Verein dass es für dich irgendwann mal eine Option ist zurückzukommen und übrigens wenn das was du dort vorhast in Frankfurt und wir wünschen dir allen Erfolg dieser Welt wenn das nicht gut geht wenn du dich nicht wohlfühlst wenn irgendwas schief geht du weißt du kannst dir jederzeit aufs Vereinsgelände du kannst dich hier ins Büro setzen du kannst mit den handelnden Personen reden und du kannst auch wenn es irgendwie passt wieder zurückkommen und das glaube ich und er kann Briemchen besuchen und er kann in Frankfurt natürlich hat er noch nicht gemacht Lümmel Angebot steht und jetzt das ist eine wunderschöne Überleitung zu Freddy Bobic diese ganzen diese ganzen Feinheiten diese ganzen The Soul die Seele des Geschäfts die war doch bei Freddy Bobic von Anfang an nicht vorhanden also die ersten Pressekonferenzen gingen noch die späteren Pressekonferenzen hast du ihm sein Unwohlsein sein Unmut sein was mache ich hier eigentlich das ist doch alles auch seine Strenge finde ich sein Incommunicado sein Communication Breakdown war ja bei den bei den Pressekonferenzen war der er hat sich ja teilweise hast du gesehen der muss sich beherrschen um nicht jeden Einzelnen übers Maul zu fahren so ungefähr und Turunariga wegzuschicken Arne Meier zu verticken und solche Dinge ohne dass irgendeiner dieser 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 geholten er hat sie als Mentalitätsspieler bezeichnet und er hatte ja recht das war ja das was gefehlt hat die Mentalitätsspieler aber vielleicht hätte man also erstens habe ich keine Mentalitätsspieler gesehen in diesen Einkäufen beweis durch drauf gucken der einzige der sich am Schluss ein bisschen gefangen hat war war Lucas Tussard der sich also wo du auch sagen musst ich finde er wird zu hoch gehypt er war bei einem Absteiger einer der Besten im Team aber das reicht halt nicht um 10 Millionen zu kosten also nicht für uns Fans hat es gereicht dazu muss man sagen wie die anderen Spieler waren und dann nimmst du das halt noch als Leuchtturm genau also dass der dann da rumgerannt ist und in jedem Spiel die die beste Laufleistung hatte und zwar so eine gute Laufleistung dass du auch von der Tribüne aus gesehen hast dass er am meisten aggert das ist ja dann auch wieder kann es sein dass Fredi Bobic letztendlich schlicht und einfach an seiner Hauptaufgabe gescheitert ist nämlich einen guten Kader zusammenzustellen und ihn freizustellen wird es wahrscheinlich vielen Menschen einfach gemacht haben weil er offensichtlich als Person in seiner Persönlichkeit nicht einfacher wurde in der Zeit das muss ja auch vereinsintern so gewesen sein und da muss ich ja wirklich zum muss ich ja wirklich Arsche über meinen Haupt kommen ich hab mir wirklich gedacht ich ich in einem unserer Podcast hab ja in in Bobic wie Trust formuliert weil ich weil ich mir ja ich hatte die ganze Zeit überlegt ob ich es sage oder ob du es oder nein danke dass du mich so in Watte packst aber das ist ja das ist ja komplett Quatsch ich du hast auch einen sensiblen Kern jetzt lachst du ich weine ich kannte ihn ja als Spieler ich kannte ihn bei der bei der Nationalmannschaft und ich dachte eben dass diese Schroffheit diese Entscheidungsschnelligkeit also wirklich Trigger Happy also so nach dem Motto ich ziehe das jetzt durch ja zielgerichtet das ist ja kein Nachteil das deswegen habe ich das von dem von dem Revolverheld von dem Ganslinger es gibt ein Ding mit dem Freddy Bobic nie ein Problem hatte Entscheidungen zu treffen so und solange davon die Mehrzahl richtig ist hat ihn das halt in diese in diese Höhe geführt und dann kam der Punkt bei Hertha BSC ich weiß nicht wie er das selber sieht ich glaube nicht dass er dazu jeweils Stellung nehmen wird aber ich kann keine Entscheidung erkennen die ein Treffer war der Trainerwechsel war eine persönliche Nummer mit mit Paul Dardai oder Korkut oder Korkut also wie auch immer der nächste Trainerwechsel war dann wo du also es war ja irgendwie wow Sandro Schwarz hätte so gut funktionieren können hat so als Typ so wunderbar in diese in dieses in dieses ganze Ding reingepasst und und wenn du ihn dann auch mal näher erlebt hast mit welchen mit welchem riesengroßen Herz und mit welchen mit welcher Begeisterung er da das Ding es hat es hat es hat leider nicht funktioniert also menschlich bedauert das jeder ich glaube das war auch wahrscheinlich sogar der Hauptgrund warum viele und ich schließe mich da ein und auch wahrscheinlich im Verein so lange an ihm festgehalten haben und eigentlich ist das ja auch gut also du bist ja keine Manövriermasse du hast ja erstmal mit Menschen zu tun du hast ja einen Arbeitsalltag und dass man es sich da nicht so leicht tut finde ich eigentlich nett und du musst ja meiner Meinung nach auch immer sehen was gibt der Markt in dem Moment her und ich will da jetzt überhaupt keine keine Namen jetzt sozusagen despektierlich nennen aber es gibt halt schon eine Reihe von Trainern wo du sagst okay der hat es dort probiert der hat es dort probiert der hat es dort probiert jetzt darf er es dann bei Hertha BSC probieren ist das wirklich das was wir wollen das heißt du möchtest Peter Neuruder nicht zurück nein ich weiß nicht ob ich das sympathisch finden soll aber du wirst ihn nicht gemeint haben nein ich habe Peter Neuruder nicht gemeint und ich grüße ihn er wird das nie hören aber ich grüße ihn ganz herzlich wir hatten also das ist wirklich jetzt eine Geschichte Opa Lorenz erzählt aus dem Krieg ich hatte einen der härtesten Streits meiner ganzen Journalistenkarriere mit Peter Neuruder tatsächlich und wir haben uns dann irgendwann mal versöhnt auch unter ganz kuriosen Umständen und ich mag ihn das was damals passiert ist das was damals passiert ist war bin ich der Meinung dass ich mir keinen Vorwurf machen muss da ist er komplett anderer Meinung es war schon Journalismus on the edge muss ich auch sagen und große Klappe also große Lorenz Klappe aber ich hatte recht und er sagt halt es wäre reiner Zufall gewesen was was damals passiert ist also es ging bei Hertha als er da verpflichtet wurde und dann ja damals war ja noch der richtige Peter Neuruder der ja wirklich auf der Rakete saß und jeden einzelnen Tag Richtung Mars aufgebrochen ist also seine erste Pressekonferenz war gegen ich glaube das war ein Spiel gegen Kaiserslautern lustigerweise gegen Kaiserslautern werdet ihr keine Mannschaft auf dem Spielfeld sehen sondern elf Ein-Mann-Raketen ich glaube wir haben eins zu vier oder so oder null zu vier verloren also die elf Ein-Mann-Raketen sind halt auf der Abschussrampe verglüht und dann hat er vor jedem Spiel hat er so einen Spruch gebracht und es wurde nicht besser ich glaube er hat die schlechteste Auftaktserie hingelegt hat aber einen unfassbaren Einfluss auf die Mannschaft gehabt also die Mannschaft hat auch gekämpft das muss man auch sagen und dann hat er angefangen plötzlich über dafür empfängliche Zeitungen Bedingungen für seine Vertragsverlängerung zu stellen und die wurden vom Präsidium alle erfüllt wer seinen Vertrag nicht verlängert hatte war Peter Neuruder also er hat für die Führungsspieler neue Verträge gefordert das wurde erfüllt er hatte diesen da ich glaube da ging es dann auch noch um Armin Götz oder sowas auf jeden Fall das wurde alles erfüllt und dann hat irgendwann dieser kleine junge freche Lorenz hat in der Morgenpost geschrieben ich finde es einfach schade dass keiner kapiert wie diese Taktik abläuft als nächstes wird Neuruder fordern dass das Marathon-Tor zugemauert wird weil es ihm auf der Trainerbank zu sehr zieht und am Ende der Saison wird er trotzdem gehen und dann war eine Pressekonferenz und er hat mich von der ersten Sekunde der Pressekonferenz aus angebrüllt von vorne und das war eine absolute Unverschämtheit was ich da schreibe und ich werde mich dafür noch entschuldigen müssen und so weiter und am selben Tag kam über einen Ticker über DPA das er in Saarbrücken unterschrieben hatte Wie komme ich jetzt zu Benni Weber nach dieser Geschichte Lass uns nochmal zu Ira Bobic kommen Ja aber da müsste ich jetzt mit Blick auf die Uhr einmal drehe ich sie um und du hast schon Bonuszeit Dann lass uns zu Benni Weber kommen Vielleicht ganz kurz weil wenn du das Thema Fredi Bobic abschließen willst wird das etwas Längeres Ich hatte noch einen Gedanken aber ich glaube wir haben alles gesagt die Fakten liegen ja auf dem Tisch Punkt Denn auch da würde ich dich bitten wenn es geht kurz ich habe jetzt Benni Weber als den ich habe mir dazu nicht groß was aufgeschrieben er ist jetzt im Amt er hat eine verdammt schwere Arbeit ich finde die Macht er bei den Neuverpflichtungen gefühlt recht gut trotz der bisherigen zwei Spiele er hat halt wirklich alles andere als einfache Rahmenbedingungen ich hoffe dass wir ihn im positiven Sinne als der Sanierer mal im Hinterkopf behalten oder uns an ihnen erinnern können als jemand der Hertha hat am Leben erhalten der möglichst es schaffen wird Hertha wieder in die erste Liga zu bringen wenn nicht dieses Jahr dann spätestens nächstes aber er hat auch natürlich eine verdammt schwere Arbeit es ist nicht zu beneiden ich habe so immer das Gefühl er hat eigentlich das schwerste Erbe von allen angetreten außer vielleicht Dieter Hoeneß der ja vorher nicht viel hatte was er bekommen oder geerbt hat also ich glaube dass es wirklich eine Wahnsinnsaufgabe ist weil er ja noch dazu seine Arbeit seine Arbeit ist überlebenswichtig seine Arbeit ist ohne gefüllte ohne gefüllte ohne gefüllte ohne gefüllte Mannschaftskasse oder 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 ohne große finanzielle Möglichkeiten so dann hat er das nächste Problem wenn jetzt einer der der bereits vorhandenen Spieler plötzlich gut wird dann ist das immer noch ein Freddy Bobic Spieler also Beispiel jetzt Fabian Rehse beispielsweise wenn er irgendwelche Spieler holt die die sag ich mal jetzt wo du eine Verbindung zur Zecke siehst dann ist das plötzlich ein Zecke Neuendorf Spieler und so weiter bla 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 was was ich an ihm unheimlich schätze ist und da bitte ich euch auch alle mal in der Pressekonferenz hinzuschauen er hat komplett er strahlt einfach aus dass ihm diese Aufgabe trotz aller Widrigkeiten Spaß macht er hat eigentlich immer irgendwo einen zuversichtlichen Blick und von den letzten Transfers sind eine ganze Reihe so passiert dass keiner was mitbekommen hat und das finde ich eigentlich das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal für den Spieler aber es zeigt ja dass diese Arbeit die dort geleistet wird mit einer auf diesem Bereich auf jeden Fall funktionierenden sehr sehr hohen Professionalität passiert dass also weder von unserem Smile noch jetzt eben von Tapakovic noch von Palko noch von dem Linksverteidiger aus Mainz Lokaki dass da irgendwas durchsickert vorher also das das finde ich schon mal finde ich schon mal sehr erfrischend und zu den Abgängen klar man zerreißt sich dann das Wort und angeblich haben wir für einen Gangkamp zu wenig bekommen und für jetzt habe ich nochmal nachgekackt Lukoki aber das ist genau der Grund warum ich mir noch mal alle Spieler aufgeschrieben wir sind noch am Lernen also verinnerlicht habe ich es noch nicht da darf jetzt auch jeder dann neben dem Mikrofon liegen bin jetzt in dem Moment unvorbereitet und entschuldige mich in aller Form guck dir mal die ganze wir haben eine ganze Seite du hast mir die Liste sogar gegeben also war es ja noch peinlicher dass ich da ich musste ja selber nachgucken ich hatte es ja auch nicht besser im Kopf aber wir und das ist jetzt das das Schöne ich ich finde Benni Weber sehr erfrischend anscheinend ist er sehr belastbar und anscheinend ist er ein guter Teamplayer also dass dass er wirklich dass dass die Entscheidungen dass da nicht irgendwo was was jetzt jemand rumläuft und sagt den und den hab ich jetzt geholt den und den hab ich geholt blablabla und so weiter also ich finde das ist eine dass dass er seine Verdienste um die Nachwuchsabteilung und um Hertha BSC hat und dass er irgendwo auch eine eine logische Rückholaktion war weil auch das hat eigentlich niemand verstanden warum Benni Weber gehen musste und und ausgetauscht wurde dass ich ich finde dass das passt und das das ist für mich eben auch so so ein ein Punkt das 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 Berliner Wegs und jetzt hat er seine ersten beiden Spiele der neuen Saison und die Benni Weber Mannschaft die Paldada Mannschaft die ZG9 Mannschaft steht mit null Punkten da und dazu wie konnte das passieren dass das genau so jetzt hab ich dich nämlich weil ich vorhin du wolltest so ganz schnell zu Dieter Hoeneß und mit vollem Recht weil das ich glaube das was wir da jetzt nachgezeichnet haben zeigt ja auch eigentlich aus wie welcher Fluch über unseren Verein liegt im Zweifelsfall geht es halt schief also das muss man ja wirklich also ich hab irgendwann Anfang der also ich glaube in der Abstieg Saison damals für einen Kurier ja zum ersten Mal diesen bösen Satz geschrieben jetzt krämt euch nicht jedes Team kann mal ein schlechtes Jahrhundert haben und vermutlich bin ich schuld durch die Formulierung dieses Satzes das hat der Fußball Gott sich irgendwo tätowieren lassen und jedes Mal wenn er jetzt irgendeine Chance hat uns eins auszuwischen dann wischst du uns eins aus und dazu sag ich mal wer jetzt meinen Schlusssatz aber du darfst mich gern noch weiter löchern ich hab mir das jetzt mal angeschaut also nicht nur dass wir 33 Torschüsse hatten in den beiden Spielen die anderen beiden Mannschaften hatten 21 das ist jetzt nicht Brasilien gegen Fahrer aber es ist schon 33 zu 21 wir hatten Expected Goals von 1,6 zu 0,98 also wir haben gegen Wehen nach Expected Goals 2,1 gewonnen muss man mal ganz klar sagen und wir haben in Düsseldorf hatten wir 0,75 Expected Goals und die Düsseldorfer 0,52 da werde ich jetzt von 0,75 mal ganz großzügig ab also wäre dieses Spiel 1 zu 1 ausgegangen wir haben in beiden Spielen die bessere Laufleistung wir haben in beiden Spielen die bessere Zweikampfleistung sowohl in Luft als auch am Boden wir haben in beiden Spielen die bessere Passquote wir haben einmal deutlich mehr Ballbesitz nämlich gegen Wehen wie Spaten und einmal weniger Ballbesitz so aber jetzt kommt es lieber Andi das Tor von Ginczek hat nach diesen modern Statistik nach diesen modern Data eine Wahrscheinlichkeit von 8% gehabt dass es in dieser Situation fallen kann das Tor von Wehen Wiesbaden wir wissen alle wie es passiert ist Innenpfosten die ganze Linie lang Innenpfosten und springt rein hat er eine Wahrscheinlichkeit von 3% wenn ich diese beiden Prozentsraten multipliziere bin ich bei 2,4 Promille und so habe ich mich gefühlt gestern nach dem Spiel gut aber es ist ja jetzt nicht nur Pech also ich kann ja nochmal vielleicht ein bisschen was zum Spiel sagen dass wir zu Hause verloren haben durch ein Gegentor in der Nachspielzeit das werden alle mitbekommen haben wir haben es auch leider mitbekommen hätte jetzt keiner gebraucht wir haben im Prinzip eine Mannschaft gehabt die genauso wieder aufgestellt wurde fast wie gegen Düsseldorf nur dass eben Deo der verletzt war durch Kenny ersetzt wurde sogar ganz ordentlich ersetzt wurde zumindest was die Defensivarbeit betrifft seine Flanken die bleiben irgendwie nochmal ein Fall für sich Paco Dardai hat Winkler der sich ja im letzten Spiel schon verletzt hat ersetzt er hat ihn wie ich finde extrem gut ersetzt vielleicht hat er ihn auch versetzt aber vor allem hat er ihn ersetzt und Paco stand für mich auch was ich hatte das mal in irgendeinem Tweet gelesen das fand ich sehr schön bemerkt dass Paco in diesem Spiel etwas gemacht haben was Richter und Riese nicht gelungen ist er ist einfach geblieben er hat zielstrebig und einfach gespielt und deswegen war er erfolgreich und das waren die Dinge wo Hertha sich oftmals in diesem Spiel und ich glaube in beiden Halbzeiten ein bisschen im Weg gestanden hat zu ungenau manchmal der Versuch direkt zu spielen wahnsinnig viel Ballverluste das war eine engagierte Leistung über zwei Halbzeiten besser sogar noch in der zweiten aber wenn du jetzt insgesamt zwei Spiele hast und du schießt nicht ein Tor und X-Goals hin oder her heißt ja auch immer du setzt es nicht um da kann jetzt jeder sagen ja X-Goals ist schön gute Chancen aber am Ende zählen die Tore dann hast du auch ein Stürmerproblem irgendwo obwohl wir ja zwei neue Stürmer haben schon spielen lassen das ist richtig wobei die beiden jetzt um es um es jetzt mal genau zu sagen reinkamen reinkamen beides reinkamen und ich sage jetzt mal nochmal was ich gestern Abend mit Freunden besprochen haben wenn dieser Hackentrick von Tabakovic nicht an die Latte geht sondern rein dann sind eine Stunde nach Spielende 200 Tataner im Wasserklops am Breitscheidplatz und singen dort Nackta Hohe ist vielleicht jetzt auch nicht das was man im Breitscheid vielleicht doch ganz gut dass das Tor nicht gefallen ist aber aber nein und ich will ja auch überhaupt keine Euphorie fern also fern von Euphorie aber wenn du jetzt sag ich mal realistisch anschaust dann haben wir eigentlich zweimal 0 zu 0 gespielt auf irgendeine Art und das wäre überhaupt kein geiler Start aber ich werde halt auch nicht und zwar auch noch lange nicht irgendwo eine Untergangsstimmung oder eine negative Stimmung in mir aufkommen lassen wenn ich einen Fabi Reese sehe der fast zu sehr brennt weil bei dem würde ich den brülle ich ja an Schieß einfach Schieß bitte und wenn der im Eisbad ist kocht das Wasser danach und was genau die beobachtet die du eben mit Palko eben 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 gemacht hast Palko ist irgendwie so macht es den Eindruck ist der erwachsen geworden in der Zeit während er weg war und er hat jetzt ein komplett schnörkelloses Spiel und wir haben mit mit Reese und mit Richter zwei Leute die die wollen unbedingt irgendwas erzwingen und stehen sich fast ein bisschen selber im Weg und sollte Fabi oder irgendjemand aus seinem Umfeld das hören ich finde diesen diesen Typen so sensationell von der ersten Sekunde an wieder wieder aus Feld gekommen ist das ist also wenn ich mir bei meinem nächsten Berlin Besuch ein Trikot kaufe dann ist es ein ist es ein Fabian Reese Trikot Stand jetzt es könnte könnte auch noch einer der Dardais werden ich mach einfach Dardais im Zweifelsfall stimmt es immer das ist aber das ist und jetzt geht es ja weiter wir kennen es doch oder du machst was der Bert gemacht hat der steht einmal Dardais drauf und die Nummer 4 4 Dardais ja das ist das ist auch cool aber wir haben jetzt Jena danach haben wir den Hamburger SV danach haben wir haben wir Fürth die ja auch sensationell gestartet sind jeder der sich der sich überlegt dass wir jetzt innerhalb also ich würde mir halt ich habe mir selber fest vorgenommen dass ich nach dem dritten echten Zweitligaspiel und die echte zweite Liga beginnt für mich im September ist ja auch eine Sache wo wir mal sagen wir mal einen Podcast oder ich weiß nicht ob das die Leute interessiert aber was eigentlich was eigentlich was für ein Irrsinn das ist dass du jetzt die ersten 5-6 Spiele oder die ersten 5 Spiele eigentlich die kannst du eigentlich aus der Wertung nehmen weil diese Mannschaften wirst du nie wieder in irgendeinem Trikot sehen wenn es mal so wäre dass sie dir aus der Wert es ist halt der Wettbewerb hat schon angefangen und das was du jetzt an Punkten verlierst das holst du dann typischerweise nicht mehr auf mir war dieser dieser schwere Anfang den Hertha haben wird der war ja eigentlich mit Ansage also eine Vorbereitung mit Spielern die ja teilweise schon gegangen sind oder teilweise noch gar nicht da waren da kannst du ja eigentlich sagen die werden es ist doch mit Ansage dass die es schwierig haben werden in die Saison zu kommen und dass die ich sag mal noch nicht so eingespielt sind das hat man auch wieder gesehen aber ich muss zugeben mir tut es schon weh im Prinzip wieder so eine Entwicklung zu sehen wie letzten Saisonanfang unter Schwarz gleichwertiges Team das war keine Niederlage die wir hätten machen müssen wir waren nicht das schlechtere Team wir haben jederzeit mitgehalten aber am Ende wenn wir den Platz verlassen sind wir immer in der Mannschaft die verloren hat und das macht mir irgendwann Angst weil letzte Saison habe ich gedacht naja das wird schon ist aber nicht besser geworden und deswegen bin ich da schon ein bisschen vorsichtiger geworden denn irgendwann kommt wieder die Psyche du bist schon abgestiegen du hast keine Erfolgserlebnisse und nimmst das mit in die Saison also ich habe manchmal mehr Angst nach hoffentlich schiebt es uns nicht noch weiter nach unten und wir reden noch von Wiederaufstieg also ich selber rede nicht von Wiederaufstieg für mich wäre das fortige Wiederaufstieg oder wir Fans sage ich mal für mich wäre das fortige Wiederaufstieg sehr sehr wünschenswert aber eben auch eine richtig kleine Fußball-Sensation ich halte es mit Paul Dardai also ich fand diese Analyse fand ich sehr gelungen von ihm dass er sagt wenn wir an Weihnachten noch träumen können dann können wir zufrieden sein also Platz 5, 6 an Weihnachten mit weniger als 10 Punkten Rückstand sozusagen auf Platz 2 das wäre für mich also dann komm dann mache ich dann verkleide ich mich als blau-weißer Weihnachtsmann oder du darfst mich auf irgendeine Feier in Frankfurt schicken auf das mit dem Weihnachtsmann komme ich zurück sehr lustiges Bild es gab eine Situation ich finde jetzt gerade nicht so schnell in welcher Minute das war aber es ist vielleicht auch vollkommen wurscht Hertha ist ein Elfmeter zugesprochen worden das ist dann nach Videobeweis zurückgezogen worden ich habe in der im Original habe ich es nicht gesehen da dachte ich oh das ist Hand aber in der Wiederholung ich fand es als Hertha-Fan schade dass er nicht gegeben wurde als jemand der den Fußball mag und hofft dass in ähnlichen Situationen wenn das mal Hertha betrifft also sozusagen umgekehrt dass man diesen Elfmeter nicht gibt auch zugunsten von Hertha ist wenn man im Sinne des Fußball-Denkens muss man eigentlich sagen das war kein Hand es war kein Elfmeter also ich hätte es mir auch unheimlich gewünscht und habe in dem Moment wirklich gejubelt weil in der in der in der Originalsituation sah es wirklich so aus weil beide Hände eigentlich Richtung Ball gingen sah es nach einer klaren Vergrößerung der Körperfläche und wir kennen ja die ganzen Floskeln und so weiter kennen wir ja inzwischen wenn du dann die Zeitlobe siehst sagst du der hat einfach seinen Körper der hat also das war absolut in Ordnung und wir können uns auch nicht ewig an dem Handelf nicht gegebenen Handelfmeter gegen Leverkusen im vergangenen Jahr hochziehen schön dass du mich nochmal erinnerst danke ich hatte es gerade vergessen obwohl das so so brutal war dass das 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 ja eigentlich das sind ja Dinge die die einfach nicht funktionieren vielleicht noch ich weiß dass die dass die Sanduhr gnadenlos läuft aber die Sanduhr tickt aber Leute ihr müsstet es sehen es ist natürlich blauer Sand also es was anders ginge auch gar nicht in diesem in diesem ich gebe zu mit einem Hauch ins Aubergine aber es ist so typisch Brämchen dass auch das das einfach passt und dass das auch immer wieder Spaß macht ich fand beispielsweise noch bemerkenswert Fortuna Düsseldorf Tabellenvierter glaube ich der letzten Zweitligasaison war für mich weniger strukturiert und weniger gefährlich als Wehen wie Spaten also es ist halt dieses wir schauen immer auf unseren Verein und was da alles noch nicht sich noch fügen muss also ich glaube Düsseldorf hat da auch noch eine Gange wenn sie ihrer Favoriten oder ihrer Mitfavoriten Rolle gerecht werden wollen sie haben jetzt die drei Punkte gegen uns geholt sie wissen bis heute nicht wie aber 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 für mich war also Wehen Wiesbaden hatte gestern einen ganz klaren Matchplan hat ein paar also das das plötzlich wieder unsere unsere Hintermannschaft ich sag mal Toni Leisner herausragend aber ansonsten waren da schon einige mit Schwimmflügelchen im tiefen Wasser also Wehen Wiesbaden hat ja schon gegen Magdeburg ein sehr gutes Spiel gemacht die kamen mir besser strukturierter und gefährlicher vor Lee hatte ja einmal eine riesen Chance wir hatten Glück dass er mehr oder weniger Christensen angeschossen hat da konnte Christensen auch gar nicht mehr zur Seite gehen war übrigens komischerweise einer der wenigen Spieler wo ich manchmal so dachte Keeper hatte am Anfang mal so diese Abwehr nach vorne gemacht direkt zum Gegenspieler das hätte auch ein zweimal ein Gegentor sein können da sah ein bisschen unglücklich aus ansonsten ist mir jetzt keiner aufgefallen der nun völlig daneben lag ich hatte allerdings auch den Eindruck dass nachdem Niederlechner raus war und Tabakovic kam ich denke immer an Tabak ich kann nicht sorry nachdem Tabakovic kam der war wirklich eine Erscheinung auf dem Platz man hatte plötzlich den Eindruck wow da steht jemand da denkst du auch als Gegner wow ich meine der ist ja auch 1,95 also ist ja auch ein Riese ein Riese Riese nein ein Riese der hätte ja auch noch mit seinem mit seinem Lattentreffer beinahe noch ein Tor gemacht auch der Prevliak hat Chancen gehabt also es war okay sie fielen mir in der Zeit mehr auf als Niederlechner ist vielleicht unfair weil Hertha auch mehr kam aber vielleicht war es ja auch gar kein Zufall dass das mit denen besser lief schade ist nur es ist trotzdem kein Tor gefallen das einzige Manko letztendlich hat Hertha dieses Spiel durch einen Sonntagsschuss verloren ich mache mir schon Sorgen dass sich das diese unglücklichen Niederlagen und eigentlich waren es beides unglückliche Niederlagen in die Psyche festfassen meinst du Fortsetzen Kopf Kino was auch immer der ein oder andere Spieler hat ja den Abstieg noch mit erlebt es fühlt sich wieder so ähnlich an gerade auch die späten Gegentore ich glaube aber immer noch dass sie gut genug sind oder gut genug sein können es besser zu machen ich sehe allerdings auch im Mittelfeld wir sind nach wie vor da Clemens und Dardai ist schon so ein bisschen eine Verlegenheitsaufstellung auch wenn ich finde dass Clemens eigentlich wenn man bedenkt dass der jetzt da ins kalte Wasser geworfen wird das eigentlich sehr ordentlich macht er ist halt im Moment nicht der Unterschiedsspieler mit dem du dann in die erste Liga aufsteigst er erfüllt die Position aus ich finde er ist körperlich unheimlich weit für sein junges Alter kann wirklich auch als ich sage mal mit einer Mannhaftigkeit dagegenhalten wenn ich so wie Püppchen Palko Dardai das habe ich ja in letzteren Folge schon gesagt besorgt bin ich trotzdem noch ein bisschen aber ich glaube wenn Palko richtig in Fahrt kommt wenn der sich jetzt auch und du hast meiner Meinung nach schon eine deutliche Steigerung vom ersten Spiel der weiß jetzt im zweiten Spiel ich gehöre hier hin und du merkst es an seiner ganzen Körperhaltung dass ihm das Spaß macht und dass er diesen Kampf jetzt auch durchziehen will und ich glaube dass wir ach Gott meine Prognosen aber ich hoffe halt ganz stark dass wir an Palko und dann eben auch an Benje der ja diesen komplett sinnvollen Fußball spielt also bei Benje ist ja nun überhaupt nichts irgendwo gekünstelt oder sind wir wieder bei schnörkellos ja schnörkellos genau und ich hoffe halt dass sich das irgendwo ergeben wird ich glaube wir haben ja immer noch diesen diesen Dämme Transfer irgendwie der wird uns ja wie so eine wie so eine Wurst oder wie so eine Karotte vor dem Esel hergetragen ich bin der festen Überzeugung wenn es mit Dämme nicht klappen sollte dass es noch dass es auf der Position auf jeden Fall noch einen guten Spieler geben muss und geben geben wird hängt natürlich jetzt dann auch von den Abgängern ab die eventuell noch kommen es ist ja es ist ja nochmal ich ich wir sind jetzt in der zweiten Liga unser Gejammer hört kein Mensch außer unser Gejammer in der eigenen Bubble das das hören wir halt dann schon die Bundesliga fängt jetzt erst dann die haben noch eine Woche Pause die fangen dann erst am 28. glaube ich an aber die die Tatsache dass Land auf Land ab Spieler individuell trainieren obwohl sie hundertprozentig fit sind also weder bei Testspielen Geraldo Becker bei den Köpenickern oder Dodi Luke Baggio hier bei uns in der zweiten Liga und da gibt es bei jedem Bundesliga-Verein gibt es ein oder zwei solche Personalien ist doch ist doch einfach eine komplette Verhöhnung des Wettbewerbs also ich kapiere es nicht ich kapiere nicht was was Severin und Infantino haben haben so eine Macht über diesen Fußball inzwischen mit ihren Regeln und mit ihren mit ihren Sachen ist es komplett sinnlos es ist also jetzt rede ich mich schon wieder in Rage ich möchte dass ich mit einem dass das auch im Sinne der kleinen Mannschaften nicht weil wir jetzt dazugehören vom finanziellen her dass du ein ein gerechtes Spielfeld hast dass du mit einer Mannschaft in die Saison startest dann hast du ein Wintertransferfenster in dem bitte Winterpause ist und dann spielst du die zweite Hälfte der Saison und dann kannst du nämlich bewerten mit welcher Art von Qualität und mit welcher Art von interner Kompetenz du die Mannschaft zusammengestellt hast und für mich ist es eine unfassbare Sache dass die letzten Entscheidungen über die olympischen Wettbewerbe über die europäischen Wettbewerbe über die europäischen Wettbewerbe fallen am 31. August das ist ein Sonntag also am 30. sind die letzten Qualifikationen zur Champions League am 31. sind die letzten Qualifikationen zur Europa League und zur Europe Conference League und dann hast du 18 Stunden Transferfenster am Montag wo du noch was machen kannst oder machen willst oder machen musst wo diejenigen die versagt haben versuchen noch teure Spieler loszuwerden und diejenigen die Europa noch gar nicht richtig auf dem Zettel haben jetzt nochmal schauen ob sie zuschlagen ist für mich eine Verhöhnung des Wettbewerbs in allen Ligen nichtsdestotrotz wenn wir diese Zeit bis zum 1. September nutzen Luke Bakio und Serdar ich denke mal zu 99% werden die gehen dass man sich jetzt die Zeit nimmt das etwas abzuwarten meines Erachtens auch um bessere Preise zu erzielen finde ich gut weil man ich glaube die Hauptposten die schlimmsten Posten die beim Gehalt am meisten gedrückt haben los ist die Zeit nimmt man sich jetzt sollten zwei Spieler gehen ich gehe einfach davon aus dass das passieren wird dann werden wir sicherlich auch mindestens zwei oder drei Spieler neu bekommen wahrscheinlich auch wieder eher für ein kleineres Geld und für weniger Gehalt und die werden wir auch brauchen vor allem im Mittelfeld du hast gestern schon gesehen also du hast Leistner erwähnt da gab es ja ein Plakat wieder in der Kurve gegen ihn was ich blöd fand also ich brauche das jetzt nicht mehr für mich ist dieses Thema durch er hat wie ich finde sehr gut gespielt in diesem in diesem Spiel verteilt die Bälle gut nach außen aber Hertha ist doch ein bisschen limitiert wenn es nach vorne geht diese permanenten Flanken die ins Leere gehen also bei aller Zufriedenheit darüber dass man erstmal mithalten kann das reicht so auch nicht weil sonst kriegen wir echt ein Problem also wir will einfach nicht dass wir Gefahr laufen dass wir alles immer relativieren und sagen ja war gar nicht so schlimm also so bleiben kann es jetzt auch nicht aber ich habe noch die Hoffnung dass es sich verbessern kann also es ist schön oder auch nicht schön dass du jetzt nochmal das Stichwort Toni Leistner gibst es ist auch sehr wichtig ich weiß jetzt nicht ich hoffe dass das richtig rüber kommt die Kurve die Fanszene hat im Stadion die Möglichkeit über die Tapeten über die Banner Themen anzusprechen die sie bewegen und ganz grundsätzlich ist meine Einstellung die kennt aber auch jeder die Kurve hat immer recht auch wenn sie nicht recht hat wenn sie nicht recht hat ist es ein Aufschrei das ist Thema bei uns bitte kümmert euch darum und 99% aller Sachen die in unserer Kurve und in unseren Auswärtsblocks wo ich jetzt dann seit vier Jahren öfter auch mal öfter mit dabei bin passieren trage ich trage ich hundertprozentig mit die Nummer mit Toni Leistner würde ich in der Kurve in jeder Kneipe in jeder Fanversammlung zum Anlass nehmen wirklich intensivst mit demjenigen der diesen Vorwurf formuliert zu diskutieren jetzt ist wieder halt meine Vergangenheit ich kenne Toni Leistner persönlich ein bisschen ein kleines bisschen aber ich kenne ihn und ich habe ich lege meine Hand für diesen Menschen für seine Familie für seine Intentionen für sein für sein für sein Fußballer sein lege ich ins Feuer Toni ist ein sensationeller Fußballtyp und auch als Mensch mit mit seiner Family und dass diese dass das einer wie er sich dann so etwas ansehen muss oder mit sowas konfrontiert wird ich glaube dass ich bin mir hundertprozentig sicher dass es aushalten wird und so wie er jetzt diese beiden Spiele gespielt hat bin ich einfach nein ich werde ich werde schon ein Fabian Rehse Trikot mir holen und und ich glaube kein Toni Tony Leistner Trikot weil ich glaube da würde sich Doppelname geht ja jetzt auch nicht und ich glaube sollten wir uns jemals wieder über den Weg laufen würde Toni mich ganz komisch anschauen und sagen jetzt übertreibst aber Alter aber aber ich finde es halt ich finde es halt das ist auch so eine Auswirkung wir wir als Fans sind immer sauer wenn etwas über unseren Verein erzählt hat wo wir hundertprozentig erzählt wird wo wir hundertprozentig der Überzeugung sind das stimmt nicht oder das stimmt schon lange nicht mehr also diese diese Big City Club Nummer war für mich so ein Paradebeispiel und so weiter wir neigen aber auch immer wieder dann schließt sich jetzt der Kreis zu meiner sehr kruten Anmoderation dann schließt sich der Kreis zu dem wir neigen eben ganz genauso dazu und ich kann bloß sagen ich bin ich bin stolz darauf dass Toni Leistner das das Trikot meines Vereins trägt und ich wünsche ihm wünsche ihm alles alles Gute und in dieser in dieser in diesem Fall darf die Kurve meinetwegen dieses Banner so zeigen dürfen sie natürlich natürlich dürfen sie es aber ich würde mich auch in der Kurve hinstellen und sagen nein ihr habt ihr habt komplett Unrecht ihr geht von komplett falschen falschen Annahmen aus und und seid mir nicht böse ich ich werde ich werde mich nicht zu diesen Banner stellen und ich würde mich zu sehr 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 vielen anderen Bannern stellen auch zu Bannern die jetzt im Lauf der letzten Monate gezeigt wurden was ich so schade finde ich habe natürlich grundsätzlich kein Problem damit wenn andere Fans sagen Leistner wäre nicht meine Wahl gewesen völlig in Ordnung und wenn man das von mir aus äußern will und vielleicht auch im Stadion von mir aus auch aber irgendwo ich ziehe ja auch im Beisein des Spielers der auf dem Platz steht für mein Team für meine Mannschaft gebe ich eine Botschaft die eigentlich heißt ich will dich nicht ich unterstütze dich nicht so so kommt es bei mir vereinfacht an und das ist genau das was ich eigentlich nicht möchte weil ich bin im Stadion um mein Team zu unterstützen und das ist für mich das Problem dass das für mich nicht nach nicht zusammenpasst weil ich will ja also wir haben wir haben ja nun seit Jahren Probleme 90 Minuten Vollgas und das finde ich halt schade ich glaube das ist so der Punkt und es kommt noch was dazu und die eine Minute muss ich jetzt dir noch klauen auch wenn du dann wieder auf die Uhr schaust und hier auf die auf die auf die Sanduhr ähm klopfst der Quarz hilft dir im Moment noch das habe ich mir nämlich selber vor kurzem anhören müssen von jemandem und war im ersten Moment so und dann habe ich nachgedacht und habe gesagt ja da ist schon was wahres dran wir dürfen nicht vergessen und gerade auch ich ich bin jetzt 61 und ich ähm bin verfolge Hertha intensiv seit dem 1. April 1987 weil da war mein erster Arbeitstag bei der bei der Berliner Morgenpost und ich kam in eine Redaktion wo keiner über Hertha berichten wollte und wo dann der Neue einfach mal hingeschickt wurde ne also das war der Status als ich nach Berlin gekommen bin kann man Straftätigkeit sagen ja das war war wirklich so es hatte keiner Bock es hatte keiner Bock über diesen Verein die wollten zu Blau-Weiß oder die wollten zu Weiß der Teufel was und äh ich sage jetzt nicht die Namen der Kollegen die damals da waren aber ich bin so wie gesagt so kommt der der Neue da kommt den schicken wir da jetzt mal hin ja und äh 1. 1. ähm 1987 und was was jedem von uns manchmal fehlt ist dieser Blick wie viel verschiedene Hartaner es gibt wie viel verschiedene Generationen das ist ja auch das Geile an unserem Verein im Vergleich zu solchen Konstrukten aus ranziger Brause und und ähnlichen wir haben ja wir haben ja die ganz alten da gehöre ich jetzt nicht dazu weil ich ja erst mit einem im Alter von 25 dann nach Berlin gekommen bin und mir diese Sozialisation die Sozialisation habe ich in Nürnberg erfahren um zu erleben wie schlecht schlecht sein kann ähm und ähm aber wir haben wir haben diese 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 Alten die also mein Alter sind aber die viel viel mehr erlebt haben bei Hertha BSC bei denen es aber auch noch eine wirkliche Freundschaft das war ja auch mein Beginn in Berlin eine Freundschaft zum ersten FC Union Berlin gab und wir dort rüber gefahren sind und mit den Jungs zusammen am Spielfeldrand standen und 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 die Schals im Himmel hatten und gesungen haben wir stehen zusammen wie der Wind und das Meer die blauweiße Hertha und der FC Union und was mir manchmal und das habe ich mir vor kurzem anhören müssen und sage ja das ist berechtigte Kritik mir fehlt das Verständnis aber auch der Blick dass es in dieser jungen Generation eben einen massiven Block gibt der mit dem ersten FC Union überhaupt nichts anfangen kann den gibt es in Köpenik ganz genauso die mit Hertha nichts anfangen konnten da gibt es das berühmte Plakat die Geschichte im Olympiastadion und so weiter und so weiter aber wir sollten uns doch alle Schlusswort mein Schlusswort wir sollten uns doch alle darauf einigen dass wir dass wir Herthaner sind und dass wir diese 90 Minuten im Stadion und bitte noch 30 Minuten nach dem Spiel in den Social Media dann einfach uns mal committen committen auf Hertha BSC und vielleicht bei der bei der Kritik auch ein bisschen abkühlen und ein bisschen runterfahren und das Banner ist jetzt da und das darf da sein aber auch einfach mal überlegen muss ich das jetzt wirklich machen also gerade nach dem ersten Spiel wie sich Toni da in Düsseldorf reingeflaggt hat in jede Situation und wirklich Turm in der Schlacht bla 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 hätte ich schon nochmal drüber nachgedacht ob ich dieses Banner bringe oder ob ich jetzt mal schaue wie schaut denn das in den Spielen aus trägt der ich möchte dass er mein Trikot trägt wie ich es definiere wie ein ein härter Spieler das Trikot tragen sollte und das macht er zwei Spiele das macht jeder jeder Spieler und insofern könnte man darüber nachdenken und die ketzerische Frage ist kriegen wir das hin diese Situation diese unangenehme Situation gemeinsam zu überstehen oder drehen wir uns jetzt schon zu Saisonbeginn in der Dynamik die einfach ungut ist ich lasse mir auch mit den 2,4 Promille die ich vorhin ausgerechnet habe lasse ich mir lasse ich mir die Hoffnung nicht nehmen dass wir auch mal das berühmte Matchglück hatten das wir glaube ich in der vergangenen Saison in zwei Spielen hatten in zwei von 34 uns uns auch nicht viel öfter verdient hatten ich hoffe dass wir es uns diesmal weiter verdienen und dann auch ab und zu mal bekommen ich würde mit einem Thema abschließen wollen was ich vorher nicht vorbereitet habe und zwar war noch mein Gedanke was hat sich eigentlich im letzten Jahr oder was hat sich seit Bernstein verbessert für Exil Hartaner das ist ja nur mal hier mein Steckenpferd also nicht um mich selber wichtig zu machen sondern einfach mal vielleicht dem Verein vor allem aber auch den anderen Fans zu zeigen es gibt mehr wir sind 6000 Mitglieder etwa unter den 46.000 die weder in Berlin noch in Brandenburg wohnen und wir leiden wie jeder andere Fan auch wir haben keine Sonderstellung aber wir haben es im Alltag schwerer tatsächlich weil wir können vor allem die Präsenzveranstaltungen vor Ort nicht benutzen selbst wenn es gut gemeint ist wir können online oftmals nicht teilnehmen und diese dieses Hertha Familienprinzip ist ja immer dann wenn es wirklich darauf ankommt oftmals sehr weich wir werden bei Mitgliederversammlungen wer weit weg wohnt also entweder kommt er hin oder nicht das finde ich so ein bisschen schade im Verein wird sehr viel auf jede Fan auf jede Fangruppe geachtet man sagt im Prinzip jeder ist wichtig für den Verein egal schwul lesbisch was auch immer wir wollen Frauen Frauen sind für uns wichtig etc sind ich kann ich bestätigen nicht ob ich wenn ich jetzt hier die Gruppe der Exil mit reinnehme das nicht ein bisschen komisches Beispiel ist aber ich hätte mir gewünscht dass auch mal vom Verein aus zentral gesagt wird ihr seid ganz wesentlicher Zeitpunkt ganz wesentlicher Bestandteil dieses Vereins wir kennen eure Probleme und wir werden das und das tun oder haben das und das vor und das gibt es in dieser deutlichen Form in einer offiziellen Erklärung meines Erachtens so gut wie gar nicht vom Verein und das ist etwas was ich vermisse und dazu gehört auch dazu gehört auch zu sagen dass man es vielleicht im Moment gar nicht kann weil alles was man da tun müsste vielleicht Geld kostet was man gerade jetzt nicht hat auch da hätte ich Verständnis für aber ich würde mir manchmal wünschen dass man zu diesem großen Zeichen wir gehören alle dazu wir versuchen individuell auf jeden Fan einzugehen dass auch die Exilhertaner dort mehr Bedeutung haben das Dilemma was ich sehe ist dass Exilhertaner vor allem eins sind sie sind unorganisiert und das liegt nun daran dass sie nämlich auf der Welt verstreut und verteilt sind dadurch haben sie keine große Stimme weil sie nicht organisiert sind nicht vor Ort sind nicht Gesprächspartner sind und dadurch natürlich auch in der denkbar schlechtesten Grundsituation sind sich zu zeigen vielleicht sollten die viele auch lauter werden vielleicht ist das auch von mir eine zu eingeengte Idee aber das ist schon noch etwas das würde ich noch gerne ansprechen ob du glaubst bin ich auf einem Irrweg bin ich schon ganz komisch geworden durch den Exil Exilhertaner Podcast oder ist das ein Gedanke wo du sagst da stimmt ist eigentlich was dran ich kann es jetzt bloß nochmal sagen ich höre vor allem du als Exilhertaner selbst sollte man ja auch nochmal sagen also für mich hat dieses Exilhertaner Ding ja eine ganz irre Entwicklung genommen dass ich also durch die Entfernung eigentlich noch heißer geworden bin also das ist das ist das ist das wenn mir vorher jemand gesagt hätte dass ich wirklich neun knutschen weil genau das ist der Punkt was kein Mensch sich vorstellen kann dass ich wirklich ich bin hier in dieser Stadt bekannt als der Typ der mit Hertha-Farben durch die Gegend läuft und ich komme mit Hertha-Farben am Freitagabend am Hannefass vorbei das ist wirklich so die einzige Gegend in in Kaiserslautern wo es ab und zu mal ruppig wird oder wo du dir mal einen Spruch reindrehen musst da haben wir mal Fußball geguckt im Hannefass aber Freitagabend ist dort also wirklich ist dort schon Bambule würde ich jetzt mal sagen und in der Nachtschicht oben aber ich habe ein einziges Mal wurde es mal ein bisschen hitzig ansonsten bin ich der Typ der mit dem Hertha-Hoodie oder mit dem Hertha-Dampfer-T-Shirt oder mit der Hertha-Tasche eben da durchgeht und ich glaube viele viele Menschen akzeptieren es einfach du wirst angesprochen du wirst also ich hatte jetzt vor kurzem so einen kleinen Piepel im Betze-Trikot der mich als Absteiger also das war noch bevor der Abstieg sicher war das war irgendwann Ende April und dann brüllt er da Absteiger und ich ruf ihm zu Zweitligist und dann mussten wir beide lachen und der Papa der Papa der irgendwie schon um Gottes Willen was macht mein Sohn da musste dann auch mit lachen und Traditionsvereine unter sich ist es so ich werde es nie also ich ich mag den FCK aber auf einer also es ist böse gesagt auf einer Event-Ebene wenn hier ein Spiel wenn hier ein geiles Spiel ist dann hüpft die ganze Stadt das ist schon verrückt also das ist schon schon Wahnsinn aber meine Verbundenheit zu dem Verein hat sich im Exil nochmal durch diesen Blick von draußen auch durch die Entwicklungen natürlich auch jetzt durch das Präsidium Kai Bernstein aber vor allem auch durch so Initiativen wie Hertha Kneipe wie 1892 hilft meine lieben lieben Freunde bei Fans at Hertha und so weiter wo du von außen drauf schaust und sagst du wow die machen das mit einem mit der du als als Podcast ich höre nicht jede Folge komplett durch aber ich lasse sie laufen dann in zweifacher Geschwindigkeit während ich was anders habe weil mich einfach oder als Einschlafhilfe habe ich auch schon das gehört weil mich die Typen interessieren und weil das ja immer wieder man müsste mal wirklich so eine hast du glaube ich habe ja schon mal eine Landkarte gemacht oder eine Weltkarte eine Weltkarte wo die alle sind und jetzt Verbesser mich gab es nicht so also ich glaube dass das das ist auch wieder ich bin wieder beim Normat bei der normativen Kraft des Verkackten der Präsident wann immer er auswärts ist versucht ja irgendwo eine Veranstaltung mitzunehmen er war in München bei den Exil-Münchnern und hat sich dort das war ja dann auch schon eine ziemlich bei der alten Dame München genau also da ist er ja das ist ja eine der glaube ich dieser emotionalen Aufladestationen die Kai Bernstein sehr sehr gerne hat also andere Leute fahren an die Tankstelle und tanken ihr Auto auf er geht zur alten Dame München und lädt sich selber wieder auf mit dem mit der und ich glaube dass das eigentlich an jedem Standort auch möglich wäre weiß halt nicht wie man sowas organisiert also ich wüsste jetzt in Kaiserslautern vielleicht einen anderen Hertha-Fan aber dann wird es hier auch schon extrem dünn also ich glaube nicht also ich weiß und ich kann da glaube ich auch den Steven konkret nochmal erwähnen im persönlichen Gespräch die wissen das die nehmen das auch wahr aber dass man wirklich offiziell wirklich gesagt wird wir sind an dem Thema dran was wollen wir tun was hindert uns im Moment daran es gibt keine keine persönliche Ansprache ich habe ja schon mal gesagt es gibt so einfache Sachen jeder jeder OFC der irgendwo jenseits von Berlin und Brandenburg ist wenn die das wünschen warum kriegt nicht bei der nächsten Mitgliederversammlung zur Einladung zur Mitgliederversammlung jeder noch einen Flyer von dem OFC vor Ort damit er sagt hier an die kannst du dich wenden ob sie daran wenden oder nicht so Kleinigkeiten Gibt es ein Exil-Hertaner Shirt inzwischen also so wie es die Bezirke-Shirts gab ja inzwischen das finde ich schon mal sensationell man muss mal sagen ich will ja nicht sagen dass die Social Media Abteilung bei Hertha mich ghostet aber es hat schon ein bisschen was davon aber seitdem es den Exil-Hertaner Podcast gab oder gibt hat sich ja tatsächlich in der Hinsicht etwas geändert dass es seitdem Artikel gibt bei Hertha über Exil-Hertaner über die Jungs die bei dir waren also das war glaube ich nach meinem Podcast wo ich immer dachte aha ist ja ganz witzig dass das kommt ich weiß nicht ob das was mit mir zu tun hat das habe ich nie erfahren ich weiß es nicht also nicht dass ich mir jetzt hier irgendwie was einbilde und denke natürlich hat es was mit dir zu tun weiß ich nicht keine Ahnung ich finde es aber gut habe mich total gefreut darüber dass sie das machen und also ob es jetzt von mir aus war oder nicht ist vollkommen wurscht aber ich finde es schön dass es damit im Blick ist und auch die T-Shirts das erste war ja Exil-Hertaner mit einem Mondmotiv was ich nicht ganz so glücklich finde weil Exil-Hertaner sind weder hinter Mond noch vom Mond auch wenn es vielleicht nicht gemeint war und inzwischen gibt es auch eigene mit Exil-Hertaner und davon habe ich tatsächlich auch zwei und die habe ich auch schon des Öfteren gesehen also was ich was ich dir bestätigen kann weil das so ein Thema ist das mich auch umtreibt wenn ich dann mal in Berlin bin und einen der Verantwortlichen dann wenn es gerade passt wenn die Zeit da ist auch einfach mal treffe um da verbunden zu bleiben ist diese ewige Diskussion der Hybrid oder der Online und man möge mir jetzt alle die zuhören oder die 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 Brämchen oder mir auf Twitter folgen einfach mal ich kenne keine derartige Veranstaltung weltweit die gesichert online stattfinden kann mit Abstimmungen da gibt es anscheinend immer noch irgendwelche irgendwelche großen Bedenken im Thema Missbrauch wir alle haben die Stuttgart Mitgliederversammlung vor Augen die im Stadion sozusagen online stattgefunden hat und dann abgebrochen werden musste weil es unlösbare technische Probleme gab ich glaube auch dass aber es mindestens eine Kommission momentan dran ist oder ein Arbeitskreis dran ist genau das zu prüfen es müsste ja dann auch in die Satzung es müsste aber fang nicht mit den komplizierten und komplexen Sachen an wenn du mit den einfachen schon anfangen könntest allein schon die Kommunikation dass da auch Exilhertana mit rein könnten in diese Kommission dass sie nämlich nicht vor Ort stattfindet sondern online möglich ist im Gegensatz zu allen anderen Veranstaltungen die vorher war das muss man nur kommunizieren man muss es nur sagen und schon erreichst du mehr Leute weil ich als Exilhertana habe mir in den letzten 25 Jahren antrainiert entweder du bist vor Ort oder du kannst dich nicht beteiligen das ist die Hauptbotschaft der letzten 25 Jahre gewesen wenn es anders ist und sogar anders gemacht wird ist es super ist es toll aber dann muss man es sagen also wenn ich mal kurz in meinen jetzigen Beruf springen darf Medien und Marketing Beratung dann wäre ja wenn ich wirklich diese also das hat mich jetzt vorhin gerade umgehauen dass wir 6.000 aber eigentlich ist es ja ganz logisch wenn du knapp 50.000 Mitglieder inzwischen hast dass das dann ich hätte schon auf 10 bis 15 Prozent außerhalb von Berlin und Brandenburg und diese Zielgruppe Zielgruppe du weißt Medien Marketing diese Zielgruppe wenn du und wir generieren Mehrwert genau hallo euer Jürgen nein aber das wäre das einfachste von der Welt einfach mal zu sagen hör zu wir haben euch erkannt wir schicken euch jetzt mal einen Fragebogen zu Fragebogen einerseits schriftlich mit einem Rückkuvert kostet dann blablabla dieses andererseits Onlinezugang mit einem Passwort und wir machen es ganz einfach wir möchten einfach mal bloß eure wichtigsten ja Begeisterung bla 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 was können wir für euch tun was ist für euch das Wichtigste im Herthaner sein und dann eben haut uns mal ungeschminkt um die Ohren was wünscht ihr euch mal komplett verrückt was würdet ihr euch wünschen ne eine Veranstaltung mit Spieler oder Funktionären bei euch in der Gegend ein Spiel ein Exil Herthaner Heimspiel wo du sagst jeder der es zu dem Spiel als Exil Herthaner nach Berlin ins Olympiastadion schafft kriegt eine ganz besondere kriegt einen ganz besonderen Tag oder sowas ich kann ja tatsächlich noch einen Vorschlag machen den ich halt immer wieder mitbekomme und ich erkläre das jetzt auch mal ganz bewusst weil man in Berlin so typischerweise nicht denkt und ich kann es verstehen ich glaube die meisten Fans in Berlin werden denken hey cool nach Kiel da kann ich hinfahren da war ich ja noch nicht da will ich unbedingt mal hin das habe ich auf meiner Stadion Land gerade habe ich das noch nicht und man ist dann enttäuscht es wird nicht so viel Karten geben wie wahrscheinlich die Nachfrage ist wenn man dann nicht nach Kiel fahren konnte und freut sich wenn man da hin kann ich habe letztens mit Leuten gesprochen die in Kiel wohnen das sind Herthaner die sind aus Berlin mal nach Kiel gekommen die wohnen da seit Jahrzehnten teilweise schon seit der Kindheit sind Hertha-Fans und konnten Hertha ja eigentlich nie in einem Ligaspiel sehen weil einfach auch Holstein Kiel dafür nicht das ist für die das Spiel ihres Lebens dort und sie müssen davon ausgehen dass die Gefahr groß ist dass sie keine Karten bekommen weil für sie ihre Geschichte wird überhaupt nicht berücksichtigt es gibt wenn ich es mir wünschen könnte also Ticketknappheit ist immer doof weil ich schließe immer irgendjemanden aus aber wenn ich mir jetzt nur mal vorstelle ich hätte ein Ticketreservoir von 50 Tickets oder von mir aus auch von 15 Tickets für Leute für Mitglieder die eine Postleitzahl haben aus Kiel ja klar fände ich eine total tolle Sache und ich hoffe dass jeder andere Herthaner der da nicht vor Ort wohnt und in Berlin oder Brandenburg ist und sagt ja klar ich hätte die Karten auch gerne aber das kann ich verstehen da bin ich auch mal solidarisch untereinander das fände ich total cool ich kann mir vorstellen dass sowas technisch möglich ist und würde sagen ja da haben wir denn sogar eine Sonderrolle da wären wir bevorzugt was ich ja sonst eigentlich nicht möchte aber ich hoffe dass die anderen da nachvollziehen können dass das dann auch gegenüber den anderen Fans mal in Ordnung ist da man darf nicht vergessen die haben ein Spiel im Jahr in Berlin hast du 17 und das ist eben der Unterschied bin ich absolut bei dir in meiner in der linken Gehirnhälfte dort wo das Teufelchen sitzt gibt es natürlich dann wieder tausend tausend Fragen so nach dem Motto wie kriege ich das hin dass diese Tickets nicht auf Ebay landen wenn es mal wirklich ein ganz wichtiges Spiel also ich sage jetzt mal Karlsruhe oder sonst irgendwas wo du wirklich dann jede Karte viermal verkaufen kannst und so weiter aber das sind Dinge darum muss sich eine Mitgliederabteilung den Problemen muss sie sich stellen und ich glaube dass das ich glaube schon dass sie den Podcast hören und dass das dann bei gegebener Zeit vielleicht auch da mal da mal drüber nachgedacht wird aber da hast du vollkommen recht also jetzt sage ich mal 20 Tickets entweder zusätzlich zu kaufen oder aus dem Kontingent für die für die Auswärtsfahrer rauszunehmen und zu sagen wir haben ja in der Mitgliederkartei die Postleitzahlen also wenn von denen einer was will dann kriegt er die Tickets in Treu und Glauben dass er sie wirklich für sich selber verwendet und ich glaube es würde sich auch ziemlich schnell rumsprechen wenn das dann irgendwo ausgenutzt wird bei den Sohnstädten sind es ja auch nicht so viel auch hier wenn du jetzt Elversberg hast Saarland und Rheinland-Pfalz gibt es natürlich auch Exilhertaner vor allem natürlich auch Mitglieder aber es ist natürlich keine große Menge wir sind ich glaube jetzt gut bei über zwei Stunden die Sanduhr ist heimlich still und leise entgegengesetzt des Lärms der vorher hier durch verursacht wurde ab und zu hat man mal den Kühlschrank hinten Brummen hören war kein Bär kein anderes Tier war kein Berliner Wildschwein wir sind durch vielen Dank es war mir wie immer ein großes Vergnügen ich habe heute noch keine Lust wieder zurück nach Frankfurt zu fahren aber es wird mir nichts anderes übrig bleiben und wie immer bedanke ich mich bei dir Bremchen ich kann dir einfach nur nochmal sagen auch wenn es jetzt dann richtig corny und kitschig wird dass ich mich jetzt seit Wochen auch drauf gefreut habe dass wir den Termin wieder machen ich hätte mich viel viel lieber mit 6 Punkten und 4 zu 1 Toren unterhalten ich nehme deinen Hinweis dass ich das also ich muss da ab und zu mal auch ein bisschen Dampf ablassen weil ich diese Art und Weise die Eingangsmoderation weil ich diese Art und Weise nicht verstehe weil für mich Hertha BSC eben inzwischen so einen hohen Stellenwert hat dass ich wirklich sage dass es eine mehr oder weniger bedingungslose Liebe und eine bedingungslose Liebe hat für mich dann nichts mit ich will es nicht nochmal erwähnen kann ja jeder nochmal zum Anfang vorspulen was wir da für ein Thema haben ich danke dir von blau-weißem Herzen für diese für diese 45 Minuten die wir jetzt hier ich spüre eine Lücke im Zeitraum-Kontinuum gemacht haben warst im gekrümmten Raum würde ich sagen viel Spaß beim Schneiden und noch eine schöne Zeit hier in Kaiserslautern und wir sehen uns dann irgendwann im Lauf im Lauf der spätestens bei der Mitgliederversammlung oder vermutlich schon früher vielen Dank haori haori tschau Exil-Hertana Podcast mit Kaiserslautern Untertitelung des ZDF, 2020